Hallo und ein herzliches Willkommen zum 65. Anime-Slam-Podcast. Heute dabei sind Pavel und Jojo. Hi, ich existiere auch noch und bin da. Hi. Und ich das sage. Hallo. Ja, wir reden wieder über die Anime, die wir geschaut haben. Wer möchte denn anfangen? Ich würde sagen, weil du so schön geklatscht hast. Dankeschön. Ich bin unglaublich müde. Gute Idee. Müde zu sein. Dankeschön. Dann fange ich einfach mal an, wenn keiner will. Ja, dann fange ich jetzt an. Ja, also das erste, was ich gesehen habe, ist die erste Staffel von Tower of Droaga. Oh, das wollt ihr auch mal anschauen. Es ist interessant, sagen wir es mal so. Es geht um einen Turm in einer Fantasy-Welt. Und die Protagonisten wollen ihn halt erklimmen und besiegen, vernichten. Weil der König des Landes hat diesen Turm vor 80 Jahren bereits schon mal besiegt. Und 20 Jahre vor der Handlung kam der Turm dann wieder aus dem Nichts und muss halt wieder besiegt werden. Weil da auch immer Monster rauskommen aus diesem Turm. Deswegen ist er halt natürlich eine Gefahr. Und der Protagonist, der überhaupt keine Kampferfahrung hat, träumt halt davon, diesen Turm hinauf zu steigen. Und den Anführer dieses Turms zu besiegen. Und der gefeierte Held zu werden. Und das ist halt so mehr oder weniger die Geschichte. Es ist ziemlich klischeehaft im Fantasy. Und es macht einige merkwürdige Dinge. Zum Beispiel die Pilot-Episode ist katastrophal. Ich habe danach wirklich überlegt, schon direkt abzubrechen. Weil das ist eine katastrophale Pilot-Episode. Wo versucht wird, jeder Charakter, den es gibt, vorzustellen. Und das ist ein sehr großer Cast. Mehr als zwei Menschen? Ja. Mehr als drei Menschen? Auf jeden Fall so groß wie vier Menschen. Der Protagonist? Ja, Jojo? Ist es ungefähr so groß wie der Cast von dieser Busreise-Geschichte, die wir mal anschauen wollten? Majolga? Nee, so groß wie Majolga ist es nicht. Was waren das? 12, 20? Bei Majolga waren es, glaube ich, 30. Ah, okay. Ah, ja. Easy. Auf jeden Fall. Der Protagonist wird in den ersten paar Sekunden bewusstlos geschlagen. Das bleibt er für den Rest der Pilot-Episode. Das heißt, von dem kriegt man schon mal nichts mit. Das hört schon mal super an, oder? Und dann landet der Protagonist halt in seinem bewusstlosen Zustand bei einer Gruppe und bei der nächsten so. Er reist durch den ganzen Turm mehr oder weniger, damit mal die ganzen Charaktere vorgestellt werden. Das ist auf eine absolut bescheuerte, komödianteste Art und Weise, wo wirklich zwanghaft versucht wird, lustig zu sein. Also wie wir hier. Und wirklich zwanghaft versucht wird, irgendwie die Charaktere bereits vorzustellen, dass man schon mal was mit denen anfangen kann. Das aber halt überhaupt nicht funktioniert. Da hast du halt, die erste Gruppe, bei der der Protagonist landet, ist halt der, mit der er eigentlich unterwegs ist. Ähm, das ist die Gruppe von seinem Bruder und drei anderen. Äh, da wird auch schon ein Haufen Bullshit eigentlich probiert, die irgendwie vorzustellen mit irgendwelchen komischen, komischen Background-Stories und Geschichten, mit denen du überhaupt noch nichts anfangen kannst. Weil die Charaktere wirken auch nicht auf den ersten Blick irgendwie sympathisch oder so. Das, das, das muss der Anime erstmal bei der Zeit schaffen, die dir vorzustellen. Und ja, es ist, es war, es war sehr komisch. Und Episode 2 und 3 haben das retten können, weil die sind vom Tempo her echt gut. Die sind wahnsinnig gut, was Handwerk angeht. Da wird jeder Charakter dann so die Bewegziele gesteckt. Und da wird dir auch jeder sehr gut vorgestellt. Da kannst du mit jedem Charakter nach Episode 3 was anfangen. Und dann hast du halt erst das Beginn des Abenteuers mit Folge 4, wo sie dann in den Turm gehen. Also drei Folgen lang nur Charakter-Development und das was? Ja. Ja. Das sind sehr gut investierte 70 Minuten seines Lebens. Ja, es geht. Die erste Folge, wie gesagt, katastrophal. Aber Folge 2 und 3 haben schon ihren Job ganz gut gemacht. Und dafür, dass es halt auch, wie gesagt, so eine große Anzahl an Charakteren ist. Also man hat dann halt die Gruppe mit dem Protagonisten, mit der er dann reist. Also so eine Frau mit Lanze, die schon mal in dem Turm gewesen ist und da ein bisschen Erfahrung hat. Man hat seine Liebesinteresse, die sehr schleierhaft ist, sehr mysteriös. Man weiß, die will irgendwas in diesem Turm erreichen, aber man kann nicht genau sagen, was. Aber es wird irgendwas mit einem höheren Ziel sein. Und dann hat man einen Magier und seine Begleiterin. Und ich finde den Kampfstil von dem Magier so geil, weil seine Begleiterin hat halt so einen riesen Rucksack mit 20 Millionen Zauberstäben drin. Und der Magier ruft immer so seine Begleiterin, welchen Zauberstab er hat und schwingt den dann wie so ein Golf-Ding. Das passiert, wenn man eine Kriegerklasse mit Magieraspekten wählt. Nee, aber wenn er dann halt so schwingt, dann kommt halt so ein Ball immer geschossen. Also jede Magie, die er wirkt, ist ein Ball. Feuerball. Also er ist ein magischer Golfspieler. Ja. Deswegen, ich finde seine Kampfart total geil. Bester Charakter EU. Und ja, das ist schon mal die Protagonisten-Gruppe. Dann hat man halt die Gruppe von dem Bruder, die ich eben schon erwähnte. Das sind nochmal vier Charaktere mit dem Mädel, was total auf den Bruder des Protagonisten abfährt. Halt der eiskalte Typ, der halt der Bruder ist. Dann irgend so ein Assassine, von dem du eigentlich so gut wie nichts erfährst. Und dann so ein Typ mit Rüstung, der mich die ganze Zeit hier an Fullmetal Alchemist erinnerte. Weil er auch unter seiner Rüstung gar nichts drunter hat. Er ist nackig. Nein, es ist einfach nichts unter dieser Rüstung. Quasi. Das ist aber sehr schlecht, wie du über diesen Charakter redest. Dass er ohne seine Rüstung nichts ist, Kevin. Wie kannst du nur? Und dann hat man noch die Armee, die auch in den Turm will. Weil in den Turm ist irgendwie der Sommer von Anu. Und der sorgt dafür, dass alle Monster schwächer sind. Und gleichzeitig ist Monster auf die Stadt neben dem Turm regnet. Aus irgendwelchen Gründen, die nicht weiter erklärt werden. Bestimmt in der zweiten Staffel. Und in der Armee hast du dann halt nur zwei wichtige Charaktere eigentlich. Den Anführer und die rechte Hand des Anführers. Und ja, die verfolgst du dann halt alle. Wie sie ihr Abenteuer durch den Turm beschreiten. Und dabei immer so ein bisschen Character Development. Immer so ein bisschen halt auch das Überleben in dem Turm. Aber auch teilweise total seltsame Sachen. Wo man, glaube ich, darauf paradieren möchte, dass das Ding ursprünglich ein Videospiel war. Tower of Droga ist nämlich ein Videospiel von 1985. So ein Dungeon-Crawler. Einer der ganz alten. Und in Episode 5 zum Beispiel begegnen sie dann so Fallen von irgendeinem Magier, der es total lustig fand. Irgendwelche total bescheuten Fallen aufzustellen. Und wenn sie dann auf die drauf treten, verwandeln sie sich dann zum Beispiel in Pixelfiguren. Was völlig out of place worked. Und in Episode 9 zum Beispiel gibt es dann einen Spieleautomaten, in dem der Protagonist landet. Und seine Begleiter steuern ihn dann. Und haben sogar eine Anleitung dafür, was sie in jeder Ebene dann machen müssen. Das wirkte auch völlig out of place. Dazu endete dieser Videospielautomat tatsächlich mit A, einem sehr wichtigen Gegenstand für die Handlung und B, einem wichtigen Spoiler für den Protagonisten, wo er dann gesagt bekommt, dass er verraten wird in der Zukunft. Aber halt nicht von dem. Es wird ihm einfach nur gesagt, du wirst verraten. Und es ist sehr seltsam. Dann hast du noch eine Stadt mitten im Turm, völlig belebt mit Menschen, die da alle irgendwie ihr Leben führen. Und der Turm steht da gerade mal seit 20 Jahren. Was machen diese ganzen Menschen in diesem völlig gefährlichen Turm voll mit Monstern? Wie haben die eine Stadt darin aufgebaut? Das wird auch nie erklärt. Kennst du noch, is it wrong to pick up girls in a dungeon? Ja. Sie hatten auch auf den Safe Zones, aber sie hatten auch das Städte aufgebaut und die Monster konnten da aggro werden und sie mussten die ganzen Materialien da erstmal hinbringen und gesteigte dann eine Supplyline aufbauen. Da stand der Tower aber länger. Der steht da ja, glaube ich, schon seit Generationen. Kevin, was ich sagen möchte, Leute geben einen Fick, wenn es da ihnen gefällt, siedeln sie sich da an. Hashtag ist so. Ja, aber wie gesagt, es war eine riesengroße Stadt in diesem Tower. 20 Jahre steht da gerade mal. Ja, mein Gott. Definiere riesengroße Stadt. Boah, wie soll ich denn das definieren? Es war halt groß. War das Köln oder eher so dein Dörfchen da? Naja, es hat mich so ein bisschen an die Stadt hier aus Bioshock erinnert. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Rapture. Rapture, genau. Rapture ist ja auch ziemlich groß. Ich weiß nicht, was du hast. Rapture ist ziemlich klein. Wo ist der Kassmus? Und die ganze Serie ist eigentlich ziemlich durchschnittlich mit ihrem Charakter-Development, mit recht geschärften Charakteren und so, so. Es ist optisch nicht unbedingt schön. Aber du bist nicht gut darin, Leuten Zeug zu verkaufen. Ich will es ja auch nicht unbedingt verkaufen. Und wie gesagt, es ist optisch nicht auch unbedingt, nicht unbedingt wunderschön. Einiges sieht sogar echt schluderhaft aus. Und dann hast du wieder die zwölfte Episode, die alles rausreißt, wo die Romanzen richtig gut etabliert werden. Also du hast dann, also wirklich, wie das dann gemacht wird mit den ganzen Romanzen, das ist echt interessant, wo du das Mädel hast, was jetzt erst auf dem Bruder steht von dem Protagonisten und dann so langsam merkt, hm, der ist vielleicht nicht so nett. Vielleicht sollte ich mich doch lieber einfach in den Protagonisten verlieben oder so. Und dann hast du ja die Begleiterin von dem Protagonisten, die eigentliche Liebesinteresse, die ja auch irgendwelche höheren Ziele anstrebt und dann die eigentlich nicht unbedingt verfolgen möchte, weil sie ja dem Protagonisten nahe sein möchte und ihn trotzdem verraten muss und so weiter. Und dann merkst du halt ganz viele Konflikte und der eigentliche Boss ist zwar ziemlich hässlich mit seinem CGI, es ist absolut hässliches CGI, aber die Musik ist gut, der Kampf fühlt sich richtig befriedigend an und dann hast du einen Plot Twist, den du zwar erwartest, aber nicht unbedingt dann so, wie er dann umgesetzt ist. Jeder stirbt. Nee, nee. Es sterben zwar schon Charaktere in der Serie, aber ... Wer es erwartet. Ich wäre sehr enttäuscht, wenn niemand sterben würde in einem Turm voller Monster. Ja. Aber der Plot Twist kam echt gut rüber am Ende der 12. Folge der ersten Staffel. Ich will unbedingt noch weitergucken, was ich auch noch machen werde. Wahrscheinlich dann zum nächsten Podcast habe ich dann die zweite Staffel gesehen. Es ist auf jeden Fall richtig spannend gewesen. Die 12. Episode, die Musik war dann auch auf einmal richtig gut. Die Musik fällt die komplette Serie nicht auf und dann die 12. Episode, mega episch. Und ja, die hat dann einfach alles rausgerissen. Wie gesagt, Pilot war furchtbar, also die erste Episode, Episode 2 und 3 haben es dann wieder besser gemacht. danach eigentlich komplette Klischee-Tour mit ein bisschen komischem Worldbuilding und dann Episode 12 reißt wieder einiges raus. Wenn man auf Fantasy steht, dann lohnt sich das definitiv. Joa. Sonst habe ich aber nicht mehr großartig was zu sagen. Okay. Das war es mit dir. Das war alles, was du sagen wolltest. Also nur zu dem Anime. Zwei Sagen habe ich noch. Dann verfolge ich gerade noch einen chinesischen Web-Anime und zwar Rakshasa Street und zwar Rakshasa Street basierend auf dem gleichnamigen Manuar, also chinesischer Manga. Die Chinesen machen letzter Zeit auch immer mehr Anime, probieren sich zumindest da dran. Es gibt ein paar, die haben schon so ihre gewisse Beliebtheit, wie zum Beispiel Cupid Chocolate hieß es, glaube ich. Irgend so ein Harem-Ding von den Chinesen, habe ich mir mal erst den Vorgang gesehen, war ganz witzig. Aber Rakshasa Street ist so ein Action-Adventure und es ist sehr gut gemacht. Es sind 24 Episoden, ich habe bisher die Hälfte gesehen und es geht um die Rakshasa Street. Eine Straße, die die Menschenwelt und die Hölle verbindet. Also Reeperbahn. Sehr gut. Die Straße verbindet auf jeden Fall die Menschen und die Hölle und dann hast du da halt natürlich auch Aufpasser an dieser Straße. Die müssen zum einen dafür sorgen, dass kein normaler Mensch diese Straße betritt und dass die bösen Spirits, die darin leben, nicht die Menschenwelt betreten. Und dann hast du ansonsten wohnen in dieser Straße halt nur Spirits, Geister, die halt auf dem Übergang sind und die können aber auch böse werden, wenn die irgendwie gestresst werden oder sonst irgendwas. Und ja, da hast du halt den Aufpasser, den Protagonisten, der, ähm... Also hat man hier keinen so Newb oder sowas ähnlich jetzt als Protagonisten? Doch, mehr oder weniger, weil das Ding erzählt sich in zwei Storylines. Du hast zum einen jede, also es ist, äh, Folge, die Folgen mit den ungeraden Zahlen verfolgen die aktuelle Geschichte, wie mit dem älteren Protagonisten, wo er auf einen Mädel trifft, die einen sehr starken Geist in sich zu haben scheint, weil die Figuren, die Aufpasser von diesen Straßen haben Geister, um sich zu verteidigen. Und, äh, also so wie bei, bei Jojo, ne, diese, diese Schatten, also diese, diese Beschwörung war. Oder schon gegen den Soma. Und... Bei Foodwurst gibt es jetzt auch sowas ähnliches für eine Folge. Okay. Und, äh, wie gesagt, da gibt es dann dieses Mädel, die will eigentlich Architektin werden, findet nirgendwo einen Job, wird dann zufällig von dem Protagonisten angerempelt und dann kommt so alles in seine Wege und die kriegen halt mit, dass sie auch einen sehr starken Geist in sich hat und wird dann halt von dem Protagonisten trainiert mit einem ziemlich witzigen Gag, wo dann der Protagonist auf sie zugeht und sagt, ähm, äh, ihr, ihr so ein, so ein Beutel vorwirft mit Trainingsklamotten und sie dann so sagt, äh, was hast du vor? Und er sagt so, ja, wir trainieren jetzt. Hast du noch nie Dragonball gesehen? Oh, ja, das sind so typisch, das sind so typisch chinesische und auch koreanische Sachen, die geben da, was Copyright und sowas angeht, eigentlich einen Scheiß. Hm, das merkt man im kompletten Ding, auch in der kompletten Serie. Also, so wie Manva, so auch die Manhua, die geben da echt einen Scheiß drauf. Was ist das mit Bloodlet? Oder wie hieß das nochmal? Bloodlet? Ja, gut. Aber bei Bloodlet war alles so, die Namen verfälscht. Ja, und ich glaube, das war auch schon ein Jump. Also, die haben, die dürfen das benutzen. Okay. Weil wenn es im selben, selben Magazin ist, dann ist es ja egal. Ja, stimmt. Und, ähm, dann hast du halt noch die zweite Storyline mit dem jüngeren Protagonisten, also, wo er wirklich noch ein ganz kleiner Knirps ist am Anfang, äh, seine, seiner, seiner Ausbildung, ähm, wo man dann so mitkriegt, zum einen, wie, wie seine Eltern fortgehen, weil die irgendwas Wichtiges vorhaben, aber sie kommen einfach nie wieder und der Protagonist muss dann halt, den Autofan. Wir waren mal eben Zigaretten holen. Ähm, der Protagonist hat dann noch so einen, hat dann noch einen kleinen Bruder. Der kleine Bruder hat keinen Geist in sich, während er halt einen Geist hat und er muss dann halt aus seinem kleinen Bruder aufpassen, der halt noch ein Baby ist und die sitzen dann auf der Straße und haben nichts zu essen und da kommen viele schlimme Dinge auf zu. Es ist ziemlich, ziemlich herzergreifend tatsächlich so ein bisschen diese zweite Storyline, die halt dann in den Geraden, die halt in den Folgen mit den Geradenzahlen erzählt wird. Ähm, und das hat mir sehr gefallen. Das Character Development ist da sehr schön und ja, es geht einem wirklich so ein bisschen nah. Die, die eigentliche, die aktuelle Storyline ist halt, die ist auch cool. Die hat zum einen auch interessante Kämpfe, wobei ich noch was zum Artstyle sagen muss. Der Artstyle an sich total geil gezeichnet. In Standbildern sieht das Ding richtig gut aus. Aber wenn es dann zu Animationen kommt, ist es absolut amateurhaft. Es wirkt richtig plastisch. Man, es erinnert mich in manchen Momenten auch so ein bisschen an Ruby, weil man dann merkt, wie es zu CGI übergeht. Es ist so eine ganz komische Mischung aus Zeichnung und CGI, die in manchen Momenten so extrem seltsam übergeht, wie zum Beispiel bei den Berserk-Filmen. Wobei die Berserk-Filme das gut gemacht haben. Aber hier ist es ein bisschen seltsam. Es ist auch schwierig, in Worte zu fassen. Es ist einfach so ein komischer Flow, der dann entsteht zwischen dem Wechsel von Zeichnung und CGI. Allso weit habe ich halt bisher auch, wie gesagt, nicht geschaut. Es ist eine Folge, geht circa 13 Minuten. Die erste und die letzte Episode, habe ich gesehen, sind dann 24 Minuten. Wenn man mit Chinesisch klarkommt, kann man sich das mal anschauen. Es ist halt natürlich voll auf Chinesisch synchronisiert. Das ist... Das mag ich gar nicht tatsächlich. Also mir gefällt Synchro... Also die Chinesisch-Synchronsprecher gefallen mir meistens absolut nicht. Da habe ich mir mal als... Es gab den Naruto-Movie auf Chinesisch gegeben oder Koreanisch eins von beiden. Aber das gefällt mir persönlich. Brauche ich das nicht. Ja, es ist wirklich eine seltsame Sprache, Chinesisch. Es klingt die ganze Zeit so, als würden sie die zwei... die gleichen zwei Silben wiederholen. So... Nur in unterschiedlichen Abständen. Und das ist so seltsam. Es ist... Hm... Ich glaube, ich bin hier der Einzige, der kein Problem mit der Sprache hat. Also ich verstehe es zwar nicht. deine Anime ist gemutet. Das war Matze. Ehrlich? Ja, Matze schaut die Anime gemutet. Warum? Nein, das war ein Witz, Pavel. Das war ein Witz, den wir in irgendeiner Episode hatten. Ein Podcast. War ich da überhaupt anwesend? Ich weiß es nicht. Ich glaube, er nicht. Nee, das war bei dem Podcast mit Zenobia. Da war ich nicht anwesend, siehste. Ähm... Sonst habe ich nicht viel zu sagen. Es ist halt eine Serie, die lohnt sich definitiv für Charakter-Development und für ihre Story. Fürs Optische nicht unbedingt. Aber man kann es sich mal durchaus zwischendurch so reinziehen. Einziehen. Also wenn eine Serie zum Beispiel nicht unbedingt gut aussieht, aber die Story gut rüberbringt, die Dialoge gut sind. Ich meine natürlich für den typischen 0850 Dude ist es natürlich wichtig, dass die Kämpfe richtig geil sind. Aber wenn du halt mehr so auf Dialog-lastigen Anime stehst oder eben auch Anime stehst, die einfach dir eine Geschichte ermitteln, also vermitteln möchten, dann ist es eigentlich mir egal, ob die Kämpfe jetzt gut aussehen oder nicht. Natürlich, wenn es jetzt natürlich dann trotzdem sehr viel auf Kämpfen basiert, dann ist es möglich. Naja, es ist vielleicht eine Minute Kampf pro Episode, also es ist nicht so viel. Es sticht halt dann natürlich raus, dieser CGI-Stil. Bei einer 13-Minuten-Episode mit einer Minute Kampf ist so eine Sache, mate. Es geht. Ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ich konnte mich dran gewöhnen. Vor allem, wie gesagt, weil es gezeichnet halt gut aussieht. Nach den ersten 15 Sekunden oder nach den nächsten 45 Sekunden. Was? Schwierig zu sagen. Am Anfang dachte ich, also wirklich, die Serie fängt halt optisch einfach so schön an mit diesen extrem guten Zeichenstils, extrem guter Artstyle und dann, wenn es halt zu Action-nastigeren Sequenzen kommt, dann merkst du dann so, ja, ja, es ist halt nur eine Webserie. Nicht unbedingt. Serie live? Real live ist ja keine Webserie. Das war eine Webserie. Oder, nee, Xampt, Xampt. Das ist eine Webserie gewesen. Bruno Xampt war eine Webserie, aber die hatte Geld von Sony. Ja, trotzdem eine Webserie, also fick dich. Argument not valid. Okay. Na gut. Bruno Xampt hat eine der besten Animationsstile und einfach an gemeinen Animationen, die es gibt. Das ist eigentlich quasi ein Film auf 24 Personen. Den ich immer noch nicht gesehen habe. Damn it. Scheiße bist. Weil, hey, seit wie lange machen wir den Podcast? Was? Fast drei Jahre? Wie oft habe ich das schon erwähnt? Fast drei Jahre lang? Hm. Komisch. Niemand hört mir zu. Warum bin ich überhaupt hier? Sorry. Unsere Maskottchen. Fick dich. Unsere Maskottchen. Nee, fickt euch alle. Wird das vielleicht, aber jetzt ist er mit der Postcast dran? Der Postcast. Ja, der Postcast. Wir reden doch hier gerade über Briefmarken, oder nicht? Das ist richtig. Aber du hast jetzt eigentlich gespoilt, das war das nächste Projekt, das ich anfangen wollte. Der Postcast. Ich hatte eigentlich schon die ganzen Lizenzen für die Sachen schon gebucht. Ja, gut. Okay. Ich weiß gar nicht, dass man Lizenzen buchen kann. Ja, du. Ich auch nicht. Bis eben. Also willkommen zur heutigen Ausgabe von Bullshit-Podcast. Ei. Wie Parvin und ich tot sind, werden Kevin der einzig Produktive ist, obwohl ich eigentlich wahrscheinlich ein bisschen mehr geschaut hab als er. Nee, also ich hab jetzt nur noch eine Sache. Actualist Season läuft ja. Und, ähm, wie man vielleicht weiß, liebe ich einen Blooded Orphans. Und wir konnten bisher noch nicht großartig über die zweite Staffel reden, weil das eine Mal, als wir's getan haben, war nur eine Episode draußen. Jetzt sind ja mittlerweile fünf da. Und der erste Arc ist tatsächlich schon fertig, der zweiten Staffel. In den ersten vier Episoden. Okay, das ging schnell. Ja, in vier Episoden wird der erste Arc abgeschlossen. Es ist halt nur eine kleine Nebengeschichte mit Piraten und so einem Kram, die Tacker dann so ein bisschen auf die Nerven gehen. Dafür ist Episode 3, äh, komplett Episode 3 in riesengroßer Weltraumkampf, der verdammt geil ist. Was ist Iron-Blooded Orphan? Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphan. Ach so. Das ist die aktuelle Gundam-Serie. Das juckt mir hier nicht. Du musst es schauen, Pawe. Es ist geil. Nö, ist mir egal. Mir, pff, mein Zeug schaut ja auch nie mehr an. Du hast recht, Pawe. Ich schaue dich nie an. Ich bin auch dabei, immer mal wieder dein Zeug nachzuholen, Pawe. Ich hab nicht unendlich Zeit. Ja, ja, lüge mich nicht an. Kein Wunder, hast du so eine große Nase. Danke. Äh, und Episode 4 fängt dann auch an, so ein bisschen mit, mit, mit Weltraumschlachten, mit total geilem Kampf von, von 3 gegen 3, wo allerdings das eine Team, die 3 auch noch mal untereinander kämpfen. Das ist so, das ist so eine richtig schöne Dynamik. Und es endete auch richtig gut, dieser Abschnitt. Da merkt man wieder die Brutalität, die diese Serie hat und diese, diese eiskalten Moves teilweise. Muss eine Spoiler-Warnung eingeblendet werden, oder? Nee, ich versuch's, das Spoiler-frei wie möglich zu halten, aber man kann, man muss halt wirklich sagen, don't fuck with Tacker dann. Wenn dann Orga und Mikazuki ankommen, ist halt zu spät. Dann, dann fließt Blut. Was? Und, äh, das ist halt auch einfach das Geile an der Serie, dass sie so schön eiskalt ist, dass die Protagonisten so richtige Badasses sind, die sich halt einfach nichts gefallen lassen und mit Brutalität, also mit Gewalt durch alles durchstehen und man gleichzeitig aber auch immer wieder die Folgen davon im Worldbuilding und in den Charakteren merkt und gleichzeitig halt, dass es so verdammt viele Charaktere gibt, die alle wahnsinnig gut ausgearbeitet sind und das merkst du in den Dialogen immer und immer wieder. Zum Beispiel gibt's ja hier, das ist eine Mädel, was in Mikazuki verliebt ist, die, ähm, wurde ja in ihrer Vergangenheit gemobbt, was sie ja selber gar nicht mitgekriegt hat, sie dachte ja immer, sie wäre für alles verantwortlich und sie schiebt sich selbst nochmal alles in die Schuhe, aber sie wurde halt eigentlich extremst gemobbt und da gibt's halt eine Szene, wo, ähm, ein Typ, der jetzt neu ist in der zweiten Staffel, unbedingt gern Pilot werden möchte und dann halt mit dem Mädel spricht und, ähm, sie beinahe weggeschubst hätte, wo Mikazuki dann halt seinen Arm greift und ihn beinahe bricht und alle dann halt Mikazuki drum anbetteln, dass er den Arm loslässt und, ähm, also ich hab ja, du weißt ja, ich hab viel mit Gundam zu tun, daher kenn ich mich mit allem aus, daher frag ich einfach mal für die Zuschauer, ja, ist er jetzt so nicht Superhuman oder was ist da los? Mikazuki? Ja. Der ist so ein bisschen Superhuman, nur so ein bisschen, weil, ähm, es hat aber mit dem Ende der ersten Staffel zu tun, wo er, wo er dann quasi eine engere Bindung mit seinem Gundam eingeht. Und dann geht er zum Superhuman durch Nanobots. Nanomachines. Das ist doch nicht so ganz klar, wo du es. Welche Kategorie, Pavel? Ähm, ich weiß es ja nicht, ich hab's nicht geschaut. Ich mein, ich hab alles gesehen. Mhm. Ist klar. Mikazuki ist er halt auch der Muskelmann der Gruppe natürlich. Er ist der stärkste von allem, auch wenn er so klein ist, aber das ist ja auch das Geile an der Gundam-Serie. Du hast diesen riesengroßen Orga, der allerdings der Taktiker ist, und du hast den kleinen Mikazuki, der einfach übrigens der Brutalo ist. Und ich würd's nicht sagen, dass Orga riesengroß ist. Er ist eigentlich Orga schon rechts groß. Also für die Japanische Zustände vielleicht. Orga muss nicht unbedingt groß sein, aber alle anderen klein. Ja, äh, das ist immer, wie man's betrachtet, ne? That's it. Auf, auf jeden Fall, ähm, fragt Mikazuki dann halt das Mädel, ob sie denn gemobbt wurde, und sie sagt, und sie sagt dann so, hey, ich werd doch nicht gemobbt. So, dann merkst du wieder richtig, die realisiert das gar nicht. Die realisiert gar nicht, wenn die gemobbt wird. Und das find ich immer so gut. Ja, warum wird sie denn gemobbt? Ich dachte, sie wird nicht gemobbt. Naja, was, 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 was hatten sie für Eigenschaften, die sie so unbrauchbar machen, dass sie jeder mobbt? Naja, sie ist halt ziemlich tollpatschig. Und sie hat früher in einem Bordell gearbeitet. Oh, da wurde sie halt gemobbt. In dem Bordell, von den ganzen älteren Frauen, weil, du hast, na gut, als Mädel ist so eine Sache, wenn du von älteren Frauen geworbt wirst, aber ich mein, jetzt ist sie in der Schule. Ne, sie ist nicht in der Schule, sie ist bei den Kindersoldaten als Köchin da. Ja gut, jetzt soll ich so lange sie, solange sie nicht irgendwie ihre Ausbeutungen von früher ins Essen reinstopft, ist doch alles okay. Nee, nee, das nicht. Aber wirklich, diese Serie ist so gut. So gute Action, so gute Charaktere, die Story ist so interessant. Jetzt auch, was halt in Folge 5 losgetreten wird, wieder für ein, für ein großer Plot. Mit, es ist so richtig, so, so Game of Thrones in Anime-Form. So mittlerweile entwickelt sich das. Du hast so viele Charaktere, du weißt mittlerweile, was jeder will und jeder handelt auf eigene Faust und dann hast du so viele politische Intrigen da drin. Das ist so gut und ich liebe diese Serie dafür. Deswegen sage ich auch immer, das lohnt sich. Auch wenn du mit Gundam nichts anfangen kannst. Du musst mit Gundam nichts anfangen können, um diese Serie wirklich zu lieben. Das ist großartig und gerade das, Pabbel, du solltest es dir echt mal anschauen. Ich bin mir so sicher, dass es dir gefallen wird. Also ihr habt heute alle irgendwelche Sachen für mich. Ich bin mir sicher, dass dir das gefällt, sagte Tobi. Ich bin mir sicher, dass es dir gefallen würde, sagte Kevin. Ich habe auch noch was, was dir gefallen könnte. Oh, bitte nicht. Doch, aber bei I'm Blooded Orphans bin ich mir da definitiv sicher. Halt wegen den guten Charakteren, wegen interessanten Romanzen, wegen guten Intrigen, wegen den ganzen Badass-Charakteren. Wirklich, jeder ist Badass in dieser Serie. Mir wurde zugetragen, dass Euphoria zwei zusätzliche Folgen bekommen hat, die dir gefallen könnten, Pabbel. Was ist Euphoria? Ja. Es ist kein Anime, sagen wir es mal so. Und ja, die zweite Staffel von Mobile Suit Gundam I'm Blooded Orphans fängt definitiv wieder richtig gut an und ich bin gespannt, wie es weitergeht in den nächsten 20 Folgen und ob danach nur eine dritte Staffel kommt. Ja, dann überlege ich mir vielleicht, wenn die dritte Staffel durch, dann überlege ich mir vielleicht dazu schon. Gut. Ich bin dann durch. Mit dem Leben oder mit den Animes? Ja, mit beidem. So, Jojo. Oder Pabbel? Wer will? Ich würde gerne einfach mal übernehmen. Mach, ich gucke so lange, weil ich es überhaupt gemacht habe, die letzten paar Tage. Ja, Pabbel so am Ende ist, dass ich mir so als letztes reden. Oh, okay. Dann, Jojo. Leg los. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, aber ich habe Food Wars geschaut, erste und zweite Staffel. So gesehen. Hast du das noch nie geschaut vorher? Ich dachte. Nö. Da hättest du, okay. Food Wars. Ja, habe ich das schon noch nie geschaut. Da habe ich auch noch nicht geschaut. Also Food Wars, das wird halt sehr hoch gepitcht von dem... Allen. Ja, nee. Von einigen. Ja, von einigen. Aber es ist mir einfach zu stupide, glaube ich. Also das Setting. Dann muss man so. Das Ding an sich juckt mich halt absolut nicht. Ich meine, es gibt Leute, die hocken halt gerne da und... Ja, gut. Sorry. Ja, gut. Im Endeffekt, also wenn man es runterbrodeln möchte, es ist... Das hatten wir noch festgestellt, es ist eigentlich in einer Art schon ein Fighter. Ja, es ist ein schon ein Battle-Ding. Wenn man so will. Und die Sache ist, Grundstory, der Sohn möchte den Vater übertreffen. Siehste? Schon ein Battle. Und... Ja. Und die weitere Kurzfassung ist, der Vater ist weltbekannter Koch, von dem aber niemand in der Welt weiß, dass er ein kleines lokales Restaurant aufgemacht hat. So an der Hauptstraße für einen Shopping-Distrikt oder so. Okay. Aber hey, jemand, also natürlich in übertriebenen Sinne im Anime, hat jemand deswegen seine Religion, ähm, ist er von der Religion zurückgetreten. Was? Weil zu der Zeit... Ja. Was? Weil er zur Fastenzeit irgendwie in der Umgebung war, weil er rumgereist ist, weil er das Restaurant für Jahre zugemacht, also zumachen möchte, damit der Sohn kochen lernt, an dieser komischen Kochakademie, an dem der Vater auch war. Okay. Also es gibt eine Akademie, die Leute, die, 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 die Klamotten vom Körper reißen kann. Ah ja, richtig. Ähm, das ist auch so. Es ist nicht, also, einige nennen es Food Wars, einige können es auch gern Food Porn nennen, weil die Leute gehen so hart auf das Essen ab, wenn sie es essen, weil... Ja gut, das ist ja von einem vorherigen Hentai-Artist. Ernst du? Ja. Das erklärt einiges. Ja. Also sie sind halt nicht wirklich, äh, vollends nackt gezeigt, aber... Jaja, du, das soll ja auch im Fernsehen laufen können. Ja, es ist, äh, sehr interessant. Ja, aber ich, Edo, von Edo hab ich ja zum Beispiel gehört, der, der mag ja Food Wars auch sehr gerne und seine Eltern haben ja auch ein Restaurant und er hat da auch sehr lange gekennert und er hat ja gesagt, dass, dass sehr gut die Faszination Essen widerspiegelt. Weißt du, so den Geschmack, der dabei aufkommt. Ich bin Hobbykoch und bestätige das. Okay. Mein Name ist Obama, man sieht sich. In der Maut. So, nee, ähm, ja, so, es passt schon ganz gut. Die Sache ist, es wäre, ich würde es liebend gern sehen, wenn Rezepte dabei wären im Anime, irgendwann am Ende, irgendwo auf einer Website. Wahrscheinlich ist es auch so. Ich habe bloß nicht nachschauen können. Wie gesagt, im Manga gibt es da Rezepte in den Bändern. Weil es ist definitiv interessant, was man da alles so vorgesetzt bekommt an Rezepten. Ja, ich kann mir mitschauen, dass da leckere Sachen dabei sind. Es ist halt, es ist halt, es ist nichts für mich. Und es gibt natürlich auch Anspielungen auf Sachen wie Jojo. Jojo. Ich denke mal an alles gibt es Anspielungen. Ja, aber Jojo war so ziemlich das Offensichtlichste, wenn ich euch so kurz raussuchen darf. Raussuchen darf? Ja. Okay. Ich verstehe ja nicht. Raussuchen darf. Jetzt Jojo, jetzt war bei Jojo nicht. Ich weiß nicht, ich mache das mit Absicht. Pavel verarscht sich einfach selber damit. Nee, ich mache einfach weiter, weil es wird sich lang. Muss ja nicht immer, es muss nicht immer irgendwas Negatives sein. Also keine Ahnung, so wie du dich heute verhältst. Ja, ich bin nur mad wegen Windows 10, weil sowas existiert. Okay. Gut. Jetzt zeige ich euch mal ein Bild von einer Folge in der, was war das? Erstens oder zweiten Season? Da bin ich mir jetzt gerade sogar nicht mehr sicher. Aber es ist sehr, also wenn man da die Anspielungen nicht erkennt, kennt man halt den Anime nicht, ansonsten wird man es sehen. Bitteschön. Was denn? Okay. Kommen wir irgendwie bekannt vor? Mir auch, ich weiß aber nicht ganz, an was es mich erinnern soll. Ich glaube, No Game of Life. Erinnert mich das jetzt. Gut, dass wir den Sarkasmus jetzt geklärt haben. Was ist ein Sarkasmus? Was ist los? Ach, da oben steht es, what episode of Jojo ist das? Oh. Also ist das eine Jojo-Ein-Spielung? Nee. Nee. Wisst ihr, habt ihr jemals Jojo geschaut? Nein, natürlich nicht. Dieses, wie ist es? Ich habe ein bisschen von der ersten Staffel gesehen. Ja, weil es lustig ist. Ich meine, ich gehe nicht Anime schauen wegen Humor, sondern würde ich mir andere Sachen anschauen. Ich weiß, Pavel, du probierst hier jedem Nitschi-Jo aufzudrücken. Ja, was das beste Anime auf dieser Welt ist. Aber Jojo hat auch Badass-Charaktere. Pavel, du stehst so auf Badass-Charaktere und du guckst nicht das Zeug, was Badass-Charaktere hat. Ich verstehe das nicht. Ja, weil es einfach nicht mein Humor ist. Und wenn es nur Badass-Charaktere hat, heißt es nicht, dass ich es mir anschaue, weil es Badass-Charaktere hat. Ich schaue es mir an, weil entweder alles andere auch stimmt, das Setting mir gefällt und oder nicht die Charaktere auf irgendeine Art und Weise berühren. Ja, aber das ist doch Jojo genau richtig. Ja, warum? Gib mir einen Grund. Das ist ein Anime, bei dem Kevin weinen könnte. Ja, das ist mir egal, ob Kevin dabei weint. Nee, weinen musste ich dabei nicht, aber es hat auf jeden Fall richtig gute Charaktere. Das habt ihr schon selbst gekontert. Ja, GG, Jungs, GG. Die Charaktere sind gut in Jojo. Hat doch niemand was gesagt, oder? Okay. Da Pavel heute wirklich seine Tage hat, mache ich jetzt einfach weiter. Ich habe nicht meine Tage. Keine Sorge, ich habe ihn so gesagt, Fußpads und so. ich weiß. Er hat es auch laut diktiert, was er davon sich gegeben hat. Ja, ich bin ja ehrlich. Alles da. Gut, ich habe was entsetzt. Niemand sagt irgendwas. Gut, um es jetzt weiterzuführen, ich habe Occult 9 angefangen. Was ist das? Achso, ja, Occultic 9. Oh Gott, Manga, Anime? Anime. Anime von dem Typen, der Steinsgate geschrieben hat. Ui, das kann ja ganz gut sein. Die ersten drei Episoden waren zu verwirrend für mich, jetzt warte ich bis da jetzt draußen bis euch weiterkommen. genauso wie die Banane am Anfang von Steinsgate. Kann nur noch großartig werden. Ja, was passiert denn da überhaupt in Occultic 9? Oder worum geht es da überhaupt? Nächstes Mal geht es um eine Birne. Ähm, gut, worum geht es da überhaupt? Der Protagonist ist erstmal ein, äh, Schulgänger, äh, Schulgänger, welcher, welcher eine Seite betreibt, die über Okkultes spricht. Wer hat es gedacht? Geißesichtungen ähnliches. Er möchte, dass seine Seite groß wird, er damit Geld verdienen kann, damit er nicht wirklich arbeiten muss, glaube ich, war das. Äh, so ähnlich, was ich mit euch probiere zu machen, ja. Ja, also ich wäre, ich wäre voll dafür. Und, ähm, er hat eine Kollegin, naja, beziehungsweise sie hilft ihm aus. Es ist das Mädel mit den großen Brüsten und dem, äh, gewissen Naivität. Okay. Welches anscheinend einen Shotgun hat, welches sie auf, äh, welches sie bei ihm gerne benutzt. Okay, zum Thema Trope. Alles zurückgenommen. Und, ähm, ja, es passiert eine ganze Menge. Es ist, es werden in der ersten Episode relativ viele Charaktere vorgestellt, ohne sie vorzustellen. Nach dem Motto, sie haben, sie haben einen Gastauftritt. Das ist der Charakter, das macht er beruflich und mehr wird nicht gesagt. Also, 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 zum Beispiel auch kein Hintergrund und sowas, ne? Bis zur dritten Episode auf jeden Fall, soweit habe ich erst geschaut. Und, ähm, es wird halt so was dazwischen geworfen, das und das und es entwickelt sich daraus irgendwie die Handlung. Irgendwie. Ohne Fleisch. Ja, irgendwie. Ist halt so so. Okay, okay, Pavel. Ich sag dir jetzt, was passiert, okay? Okay, erklär's mir. In der Schule gibt es eine, äh, Schülerin, die Wahrsagerin online ist. Sie ist sehr beliebt und hat auch, äh, in der Schule sogar ein eigenes Interviewteil gehabt. Okay, ja. Der Protagonist und das seine Kollegen, nenne ich sie jetzt einfach mal, äh, laufen zufällig dran vorbei, als sie gerade rausgeht, hat ihm, und jeder steht auf das Mädel irgendwie, auf, von wegen Fame und was, ich weiß, Faktor, ne? Ist sie süß? Ja. Und sie rennt auf den Protagonisten zu. Jeder schaut, als wäre die Protagonisten böse an, aber sie hat ihn aus einer Vision wiedererkannt, wo sie dann halt irgendwie beliebt wird und er irgendwie auch dabei. Aber sie ist doch schon beliebt. Beliebter. Also sie ist dann halt in der Schule beliebt und sowas, weißt du? Aber noch nicht wirklich auf einer großen Skala, wie eigene Fernsehserne. Sie hat eine Internetshow, weißt du? Ah, ja. Okay. Typische Frauenzeugzeug. Ich glaube, sie nennt Zuschauer hilflose Hunde oder sowas, also ist ja lustig, ist ja lustig. Auch wenn der Suchenmord hat er mir gar nicht anspricht. Ähm, gut, und dann sieht man eine Fernsehserie, über der, in der geredet wird, Okkultes und Wissenschaft, verträgt sich das? Ist das in Ordnung und existiert das überhaupt? Nein. Und dann später will der Protagonist diesen einen Wissenschaftler, der Okkultes und Wissenschaft vertritt, besuchen. Ja, böseweise. Böse oder so, weil er hat Interesse an. weil er Interesse daran hat. Obviamente. Ja, und da sieht er, dass der Wissenschaftler tot ist und dass dann Skype weggenommen wurde, welcher dann wiedergefunden wird von einem Mädchen, was vorher noch gezeigt wurde, welches Hexe so gesehen ist, mit einem unsichtbaren Freund, den sie Satan nennt, der wirklich existiert und nicht eingebildet ist. Aber anscheinend ist sie eine Art Geisel, also eine Art Geisel für ihn, weil sie... das macht absolut keinen Sinn. Ich weiß. Aber ich fand's gut. Also es ist vom Typen, der Steinskate gemacht hat. Ja. Also ich würde sagen, da warte mal am besten nochmal, bis das Ding fertig ist und dann macht's Sinn. Ja, ich wollte gerade sagen, das kann gut sein. auch wenn es für mich nicht so viel Sinn gemacht hat, ich würde es trotzdem gerne weiterschauen wollen, weil es spannend war. Ich muss tatsächlich sagen, bei Steinskate, wirklich, wenn es jetzt halt am Anfang nicht um diese beschissene Banane ginge, aber gegen Mitte war die Banane ja richtig wichtig. Einfach dieses Prozess, diese Anfangssache, die einfach so nervig war und mich dieses Ding so oft abbrechen gelassen hat, war am Ende oder zum Mittelteil so rum, war das wirklich wichtig und es hat Sinn gemacht. Und es war eine der größten Plotpunkte, die dir gleich am Anfang in den Kopf gespissen wurden. Bloß aber du es nicht gerefft hast, weil der einfach ja, Pabbel heißt. Gut. Ähm, Ocult 9 ist so eine Sache, also es zeigt Blut. Yay! So ein bisschen Gore. Yay! Ah ja, richtig, was ich vergessen habe zu erwähnen. Okay. Der Protagonist hat immer wieder so ein Radio dabei von seinem Vater, so ein Radio, wenn man dann halt so die Stimmen der Toten hören soll, weil es halt irgendwie eine, weil man damit eigentlich keine Radiosender empfangen kann. Okay. Und als er dann bei dem Doktor im Büro war und die Mordwaffe angetatscht hat wie ein Idiot, weil er dachte, hey cool, das Messer schaut voll cool aus und dann erst nach 5 Minuten gefühlt gesehen hat, oh, da scheiße ist das Blut dran und da liegt eine Leiche, hat die Stimme halt so gesagt, ja, zieh dem Typen einen gewissen Zahn raus und ich helfe dir raus. Okay. Und mehr sage ich dazu nicht, weil es war ziemlich merkwürdig awkward. Aber doch eine Sache kann ich noch sagen. Da gibt es anscheinend auch noch einen Polizeiermittler, welcher jünger ist und ich glaube auch irgendwie mit okkulten Sachen zu tun hat, aber auch von der Polizei halbwegs, es wird halbwegs auf ihn gehört. Er wird auch teilweise ignoriert, aber es wird auch auf ihn gehört. Okay, das Ding hört sich eigentlich gar nicht mal so dumm an. Ja, es ist ziemlich merkwürdig, aber interessant. Ja, eben, es ist interessant, aber ich würde gerne lieber abwarten, bis da sich irgendwas draus entwickelt. Warte, bis es weitergeht, weil es ist ziemlich random gefühlt. Ja, also ich weiß es auch nicht. Wie hieß der Autor? Ich muss gerade noch mal gucken. Das Ding ist, an Steins Gate saßen drei Autoren und einer oder ein oder zwei davon haben halt jetzt Okkultig Nein geschrieben. Das Problem ist halt, ich weiß, ich wüsste jetzt auch nicht, was da die vorherigen Werke, mal abgesehen von Steins Gate, wären. Ähm, naja, der hat noch Chaos Head gemacht. Oh, Jesus, ja, kein Wunder macht es keinen Sinn. Also noch was, da sei noch was zugesagt, ne, Leute. Also es gibt eigentlich den Protagonisten, auf dem das Hauptaugenmerk so halbwegs liegt, aber es gibt mehrere andere Charaktere, wie zum Beispiel den Sohn des Wissenschaftlers, der gestorben ist. Ähm, wie gesagt, die Hexe, die auch so gesehen halbwegs Protagonisten eigentlich sind, also die kriegen auch schon Sachen erklärt und alles. Und nochmal zu Pavel, der hat quasi alles gemacht, wo du immer diese Semikolon zwischen dem Titel siehst. Also halt Chaos Head oder Myself, Yourself oder Und Occultic 9. Ja, Occultic 9, Steins Gate, Robotics Notes. Ähm. Ja gut, ich kenne die halt nicht. Also ich weiß noch, Chaos Head fände ich ganz gut, aber ich habe nicht verstanden, warum viele das nicht verstanden haben. Ja, es war meistens größer, ja, der ist voll cool und so, aber ich verstehe den nicht. Ja wie, du verstehst den nicht. Ja, bist du dumm oder was? Ja, ungefähr so. Also, das war immer oft so ein Kritikpunkt, den man hört, ja, der macht irgendwie keinen Sinn. Doch, er macht Sinn. Nur sehr spät. Das ist so ein Kritikpunkt, den höre ich bei vielen Zeug, das ich mag. Es ergibt keinen Sinn. Dabei gibt es voll viel Sinn. Man muss nur einmal kurz sein Gehirn anmachen. Concrete Revolution zum Beispiel. Du schaust doch Sachen an, du darfst an dich denken, du musst genießen. Ich wurde gewählt, um zu denken, um zu denken. Au. Darf ich weitermachen? Ja, selbstverständlich. Ich würde gerne zum nächsten Anime springen, wovor das ja jedoch eskaliert. Und das ist ein Anime, den ich innerhalb der ersten Folge abgebrochen habe. Ah, sehr gut. Nice, beste Anime-U. Ich finde den nicht so dolle. Ich bin ganz kurz auf K. Okay. Kannst ruhig weiterreden, Mausi. Ja, aber ich bin am reden. Was hast du denn gesehen? Wie hieß der? Monster Hunter Story ist right on. Ach so. Ja, habe ich auch nicht viel geschaut. Es sieht UI ist waschig, es sieht nicht so gut gezeichnet aus. Die haben die Monster-Namen verunglimpfligt. Echt? Die haben die Monster-Namen sogar verändert? Und die hatten nicht mal nur die Monster-Namen. Die Katzen. Die Felwine. Falls man bei mir Zeug hört. Also Menschen. Dildos. Wir haben die Menschen. Irgendwie sowas. Also ich höre die Vibrationsgeräusche. Bin ich. Ich höre sehr gerne. Sag ich doch. Ne, aber falls man irgendwas hört, es tut mir leid, die machen gerade, die laufen da gerade Amok raus und keine Ahnung was die machen. Okay, nice. Okay. Pavel macht einfach so einen Podcast durch, äh, durch den Bürgerkrieg durch. Das wäre nicht mein erster Versuch. Ich weiß nicht, was du so lustig daran findest. Auf jeden Fall. Bürgerkrieg draußen, Pavel kriegt nichts mit. Ja gut, weißt du, Bürgerkrieg draußen, Pavel macht's Fenster zu 5 Minuten noch, Mama. Ne, aber der, also, um es jetzt mal aufzufrischen, Monster Hunter Stories Ride On bin ich nicht so dolle. Warte, was soll ich jetzt gerade? Monster Hunter Stories Ride On. Also der Anime zu Monster Hunter. Das kann doch gar nicht sein, die haben doch nur einen neuen Level. Wie kann man dann ein ganzes Anime drüber machen? Indem man alles verunstaltet, was man, was die Vorlage hat. Indem man Monster Hunter nimmt. Und den Namen, also man nimmt den Namen. So. Also von den Monstern und von einigen Sachen. Ja gut, aber Monster Hunter war ja, ist ja eigentlich, ich, ich, ich hab leider Monster Hunter nie gespielt. Und Mats und ich warten immer noch, also ich warte immer noch sehen, ich sag Monster Hunter Online. Tito aber, ne. Ja, aber ich kann mir, ich meine, God Eater, das war ja der Plot. Also die Idee, gut, der Protagonist, der kriegt jetzt so ein Armreifchen, dadurch ist er jetzt der God Eater. oder ein God Eater und hat eine Waffe, die muss halt die ganzen bösen, äh, Götter in Anführungsstrichen eaten. Ja. Und Monster Hunter jagst du Monster, um Monster zu jagen und, es gibt auch Quests. Es geht ja gar nicht darum, dass sie sie jagen, weil sie sie jagen müssen, sondern die jagen sie, weil sie, weil sie halt Monster Hunter sind. Nein, weil sie das Dorf verpflegen müssen, weil es da bestimmte Quests gibt zum Wiederaufbau und sowas. Ja, aber es ist ja rein plottechnisch, es ist halt jetzt nicht so stark wie zum Beispiel bei so einem God Eater, wo es da tatsächlich ums Überleben geht. Ja, und Pawel, die Sache ist, es hat nichts mit Monster Hunter Story zu tun. Oh, ja, geh, geh. Weißt du, Monster Hunter ist es so, du hast begleitet, diese Begleiter sind Katzen, diese Katzen sind verdammt cool, weil sie Bomben und so werfen können, aber es ist später, es ist unwichtig. Weil in diesem Anime ist die Katze abgrundtiv scheiße. Achso, du bist abgrundtiv. Äh, Monster Hunter. Ja. Und, ich weiß nicht, kennt ihr dieses typische, was ich aus alten Fernsehserien kenne, ähm, am Ende der Folge ist es einfach, man erzählt irgendein Witz, der kein Witz ist, jeder lacht und zoomt raus, während es zu Ende ist. Nein. Macht es das ernsthaft. Ja. Nein. Und ich hab die erste Folge geschaut. Schämen Sie sich da nicht fremd. Und das war so. Wie kann man sowas heutzutage noch produzieren? Ich muss das sehen. Weißt du, es ist sogar eine Sache, es sind drei Leute da, die drei jungen Protagonisten, also eine Protagonistin, sie gehen in das so gesehen verbotene Land, wo sie nicht hin dürfen und am Ende ist alles mit einem Witz geregelt. Da hat er wohl seine Detektion gelernt, was? Ha, und jeder lacht. Und das Schlimmste für mich ist eigentlich, neben das in den Ampheunglimpflichen, ist es so, dass es dort ein Ritual gibt, bei dem man einen Stein kriegt und damit sich ein Monsterei an sich bindet und dieses Monster dann reiten kann und mit dem Monster kämpft gegen andere Monster und wahrscheinlich dann auch die Eltern, wenn man ganz lustig ist, so eine Story her. Ich sehe gerade, wer die Regie geführt hat bei der Serie, da wundert es mich nicht, dass die so fucking kindlich ist. Der hat Tenkai Nights gemacht, der hat World Trigger gemacht, der hat die Tora Quest gemacht, also einen Haufen total kindlichen Kram. Weißt du, was mich schon alleine stört? Mich wird es halt eher wundern. Geht es Monster CGI. Oh, ja, ich habe es mir auch angeguckt, so ein bisschen. Und man sieht es. Man sieht den Unterschied. Man sieht auch, dass es nicht ganz abgestimmt ist. Ja, ja, ich habe auch in die erste Episode halt mal reingeschaut, weil mich interessiert hat, ob man einfach Monster Hunter als Anime umsetzen kann und ich habe vielleicht ein, zwei Minuten gesehen und da dachte ich mir so, nein, kann man nicht. schau dir das Cover an. Schau dir die Katze an. Ich möchte diese Katze abschießen. Ja, die finde ich ja noch in Ordnung. Nein. Auf dem Cover. Schau dir den Anime, die ist nicht in Ordnung. Die ist absolut nicht in Ordnung, Kevin. Die ist absolut nicht in Ordnung, die habe ich nicht gesehen, aber hier auf dem Cover finde ich sie ja noch in Ordnung. Die Katze ist mitunter eines der größten Probleme. Okay. Warum denn? Sie ist der müchtige und comedic relief. Durchgehend. Weißt du, es gibt auch gute, gute Kinderserien tatsächlich noch als Anime heutzutage. Yo-K-Watch. Ich habe ihn immer ja gerne geschaut. Yo-K-Watch und Joker sind tatsächlich noch gute Kinderserien. Yo-K-Watch soll auch verdammt gut sein. Ja, das ist auch noch irgendwo. Ich habe ein paar Episode davon gesehen. Immer wenn es auf Nickelodeon mal läuft, habe ich eingeschaltet. Und das ist echt witzig. Es ist cool. Ich mag die Charaktere und die Stories und es sind verdammt viele popkulturelle Gags drin. Okay, ich würde jetzt gerne damit abschließen, weil ich das so kurz wie möglich halten möchte. Also, meine Empfehlung, schaut es euch nicht an. Ja. Außer ihr wollt euch eine Kinderserie anschauen, die wenig mit Monster Hunter zu tun hat. Man sieht zwar die Monster, also es ist auch gar nicht so wirklich das Schlachten drinnen von den Tieren. Nein. Ich denke, das kommt später, aber bis dann möchte ich mich nicht durchschlagen. Es ist schade, dass der Name von Devil Production draufsteht, also die, die Jojo animieren. Es ist schade. Ich glaube, die haben was Besseres getan in der Zeit. Ich hoffe es. Vor allem, das Ding ist auf 48 Folgen angesetzt. Ach. Was? Ja, RIP, Studio Money. Das Geld ist weg. Weißt du, an sich, an sich die Charaktere sehen nicht schlimm aus. Ich mag bloß die Katze nicht. Und dass die Monster CGI sind. Ja, eben. Aber das ist ja, da, da, das ganze Ding dreht, sollte sich ja eigentlich um die Monster drehen, um das Jagen. Wie du schon sagst. Wobei, ich muss sagen, bei God Eta war das ja auch ein interessanter Animationsstil. Also, sagst du so, es ist nicht alles animiert von den Monstern, okay? Mhm. Was? Also, nein, ich meine im Sinne von, nicht jedes Monster ist animiert. Ach so, nicht jedes CGI. Okay. Und wenn es gezeichnet ist, schaut es sogar gut aus. Ja, das habe ich auch gesehen. Die Zeichnungen sah tatsächlich recht kompetent aus. als ich das erste Monster gesehen habe, welches CGI war. Kennt ihr noch die DS-Funktion? Mit diesen, mit diesen Reality-Cards. Die drei DS-Funktionen, mit der Kamera. Ja, ja. Ungefähr so, ungefähr so hat es ausgeschaut. Okay. Im Anime. Also, es war entweder zu grob und detailreich für so, für so einen bunten Anime. Okay. Was schlimm ist, weil die Monster sind detailreich und das ist auch das Schöne dran. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber ich will jetzt nicht weiterschauen. Ja. Ja, gut. Reden wir über das Nächste. Gut, was ich noch geschaut habe, ist zum Beispiel das OVA von Jetzt bin ich gespannt. Overlord. Ach so. Okay. Overlord? Ja, es ist, Overlord. ist es kein Story-Over-A, aber ich glaube, da wird irgendwie gesagt, ja, es kommt bald, es geht bald weiter. Das ist gut. Da, da wird Matze wahrscheinlich ziemlich glücklich werden. Warte, ich kann mir kurz einen Namen raussuchen, weil es hat noch einen, ähm, zusätzlichen Namen. Play, play, play das. Ja. Ach so, das Ding. Es ist, so gesehen, eine Chibi-Version von dem eigentlichen Anime. In der er dann halt auf die Charaktere eingegangen wie sie drauf sind und sowas. Mhm. Und das war es eigentlich auch. Es ist eine einzige Folge vom OVA. Es wird darauf eingegangen und es wird nie wieder erwähnt werden. Am Ende wird abgesagt, ja gut, es kommt vielleicht bald noch mehr. Ja. Yay. Ich glaube, es wollte sogar, warte, nee, warte. Ähm, bla, 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 bla. Ich, ich skippe kurz durch. Ähm, Mh. 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 Ich glaube, ja. Ich glaube, das macht er. Ähm, egal. Da war irgendwas zu feiern. So. Da war irgendwas zu feiern. Da kam nichts. Ja, der Anime ist lustig. Also, so würde die Qualität reingangeln. Also, allgemein ist der Anime ja sowieso gut. So ist der nicht. Aber. Film wurde da, glaube ich, angekündigt, oder? In der, in dieser OVA. Irgendwas wurde da angekündigt. Ja, ich finde es jetzt gerade nicht auf. Film soll da rauskommen, auf jeden Fall zu Overlord. Ich will keinen Film. Ich möchte eine zweite Staffel. Vor allem, weil das recht offen war gegen Ende. Also, da hätte man um einiges mehr machen können damit. Zweite Staffel in Anime, Pavel. So, sowas darfst du doch nicht erwarten, das weißt du. Nein, niemals. Ah, naja. Naja. Alle krachen, aber es werden dann halt so ziemlich, es wird jeder Charakter wenigstens ein bisschen gezeigt. Und was auch interessant ist, wenn man halt auf die, wenn man die Charaktere aus dem Anime mag, was ich hoffe. Ah, das Ding war ja ganz gut. Mhm. Also, was ist ganz gut, es war gut. Und, ja. Er kriegt sogar, ähm, der selbst erstellte NPC von unserem Protagonisten, der Deutsch-Rede von Zeit zu Zeit, wo du, du bist, ähm, ein Gastauftritt. Ja, das war der Beste von allen. Ja, der kriegt aber wenigstens Screentime. Nein, nein, das war Ironie. Der war nicht gut. Ich fand den nicht nice. Ich find den aber dort lustig. Er ist nicht so, er ist nicht so nervig dort. Okay. Ja, aber, von dem Anime hätte ich gerne mehr. Sehr, sehr gerne. Aber bitte, dann eine zweite Staffel und kein Movie. Mir ist beides recht, wenn der Movie sowas wie eine zweite Staffel als Movie ist. Bloß, umfangreicher und besser. Ich find, meiner Meinung nach hat man das in der Serie immer mehr, als aus so einem Film. Okay. Kommt natürlich drauf an, was sie jetzt vermitteln wollen, aber... Oh, ich lese grad, dass der Film einfach nur ein Summary-Word, ein Summary-Film, ein Recap-Film. Ja. Solange sie sowas machen wie bei Death Note und den OVAs, also dann halt als Film, nicht als OVA, hat sie das jemand von euch jemals geschaut? Nee, nee, sorry. Ich hab mir die normale Serie angeschaut, und das fand sie ganz okay, und dann... Kurze Sache, OVA 1 und 2 sind Recap von Staffel 1 und 2, oder Season, und das ist dann halt alles in einer gewissen Kurzversion erklärt, aber halt von, zum Beispiel am Anfang, glaub ich, von Elle und dann von Kira. Aber dann sind auch einige Sachen umgeändert worden, vom Plot her. Okay. Und die ganze Geschichte als solches ist eigentlich Ryuk, der es so gesehen nacherzählt. Ah. Gegenüber einem neuen Shinigami, der da erschienen ist, welcher sehr stark an irgendjemand erinnert aus dem Anime. Ust. Okay. Ust. Naja. Jo, ansonsten hab ich jetzt noch vier verschiedene Manga, also weitergelesen. Also, schon Sachen, die wir durch hatten. Äh. Irgendwas, was du noch nicht erwähnt hattest, dabei? N-ja, ein Taten no Yusha ist halt wieder dabei. Die haben wieder... Oh, das ist ein Lasing. Hab ich auch mal, ich glaub, vorgestern mal wieder komplett neu durchgelesen. Wann verabschiedet? Ach so, das Schildding. Jo. Die haben halt wieder ein neues Volume rausgebracht, mit liebenswerten knapp 40 Seiten zu lesen. Das ist das Schöne, da lass ich dir noch gerne Zeit, weißt du? Nein. Bei ihm oder wie auch immer. Weil, ähm, ich find den gut. Der ist gut, das ist richtig. Das heißt aber nicht, dass ich länger warten möchte. Ich denk, ich bestell mir da mal das Buch. Ich hab da schon Bock drauf. Also, ich würd es gerne als Anime sehen, wenn es weitergeht von der Geschichte her. Es hat jetzt, glaub ich, 30 oder 40 Chapter bei einem monthly Release. Das heißt, ich möcht davon kein Anime. Und wenn, dann bitte direkt mit Bestätigung, dass vier Staffeln kommen. Also, oder? Oder? Ähm, 24 bis 48 Folgen. Ja, oder sowas. Hab das, wo man wirklich weiß, okay, die Story geht voran. Weil die Story an sich, was er bisher gemacht hat, ist richtig gut. Ja, ich weiß. Problem ist halt nur, es hat viel zu lange Anlaufzeit. Bis er wirklich gut wird, das würde im Anime viel zu lang dauern. Das wäre maximal, das wären schon die zwölf Folgen eigentlich. Ja. Und dann bist du wieder da und denkst dir halt GG. Ja, GG. Gut, den hab ich gelesen, aktuell ist ganz cool, Story mit Plot Twist und so weiter und auf einem, und es geht wahrscheinlich richtig schön voran. Mhm. Also mittlerweile ist da das Tempo richtig gut angezogen. Boku no Hero Academia, bla 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 bla. Ja. Hat man auch schon oft genug. Das ist auch aktuell. Wobei, es fängt endlich an. Boku no Hero Academia, es fängt endlich an. Es gibt die ersten großen Bösewichte für unser Protagonisten. Mhm. Nach über 100 Taktik. Story geht los. Geil. Also Plot Twist vor allem, ne? Ja. Also das finde ich amazing. Und ich finde es amazing, wenn unser Waschlappen jetzt kein Waschlappen mehr ist. Und jetzt One Piece, One Piece, Spoiler, Sanji heiratet. Was? Das hatten wir doch schon mal diesen Spoiler. Das hat mich, als du dabei warst. Doch, doch, doch. Das hatten wir schon beim letzten Mal. Das hatte ich dir geschrieben. Ja, ich weiß. Und wir hatten das trotzdem schon beim letzten Mal. Und da hat Pavel auch schon so reagiert. War's? Nein. Nein. Da habe ich nicht reagiert, weil ich zum ersten Mal höre. Das war so, Sanji wird jetzt vor Serious verheiratet. Davor wurde nur davon gesprochen. Ich höre das zum ersten Mal, dass Sanji verheiratet wird. Ihr habt alle so ein Gedächtnis. Meine Güte. Ich glaube, du labernst du nicht. Ich weiß nicht, aber sag der richtige Kevin. Ja. Gut. Ansonsten, das Cover momentan von One Piece schaut sehr lustig aus. Okay. Weil auf dem Cover ist, wenn man halt die Charakteren nicht kennt, ist es mir jetzt egal, Big Mom. Und... One Piece im Regenbogen-Logo. Oh, Jesus Christus. Ja, es entspricht dem Arc und der Insel, auf der sie sind. Das hat teilweise wenig mit den, äh... Ja, ich bin mal gespannt. Ich werde es mal irgendwann wieder nachholen, aber ich glaube eher so nicht Manga-technisch, sondern Anime. Bei One Piece war ich immer so mehr der Anime-Guy, muss ich tatsächlich sagen. Und Tokio Ghoul Reh, es verwirrt mich immer und immer mehr im Manga. Ja, ich habe es, ich habe es zum Beispiel Tokio Ghoul Reh, es war auch so ein Ding. Tokio Ghoul fand ich gut, dann ist das passiert, was passiert ist und jetzt plötzlich sind wir in Tokio Ghoul Reh. Ich weiß nicht, wo wir anfangen, ob es jetzt direkt anschließt oder irgendwo mittendrin ist oder was weiß ich was. Das ist zehn Jahre danach. Zehn Jahre danach, gut, das weiß ich schon mal, dass da irgendwas, jetzt weiß ich schon mal, wo das ist. Dann verstehe ich unseren Protagonisten nicht, ich verstehe die ganze Story nicht und deswegen habe ich es nicht abgebrochen nach, glaube ich, 20 Chaptern. Äh, Ken Kaneki ist mehr oder weniger brainwashed worden. Ja, das habe ich mir schon gedacht, ja. Es ist halt jetzt, äh, eine Taupe. Und damit das alles Sinn macht, das ist ja ein Dove. Also ein Mitarbeiter dort. Ja. Und damit das alles Sinn macht, haben sie eine Initiative ins Leben gerufen, der hat einige von denen auch, äh, diese Ghoul-Kräfte kriegen. Okay. Ja, ne, also ich habe es, wie gesagt, nur so 10, 20 Chapter gelesen und habe gesagt, nee, ich warte, bis das Ding fertig ist, dann lese ich alle am Stück durch und dann denke ich mir irgendwas draus. Viel Spaß, ich habe keine Übersicht mehr. Ja, eben. Nein, ich meine jetzt auch, bis es fertig ist. Ich meine auch, wenn ich es am Stück durchlesen würde, habe ich keine Übersicht mehr. Ja. Was die sich da gedacht haben, keine Ahnung. Gut, das war's, weil den Rest finde ich nicht mehr. Äh, okay, also... Ah ja, und Overlord würde ich empfehlen zu schauen, wie gesagt, wenn man die Charaktere mag, weil es wird auch auf die Mates eingegangen, die da sind. Ja, Overlords sind immer gut. Mhm. Okkult 9 würde ich empfehlen, wenn du es in... Warte, wie viele Folgen soll es kriegen? Hat jemand eine Ahnung? Ja, keine Ahnung. Wie viele Folgen Okkult 9 kriegen soll, weil dann würde ich empfehlen, das am Ende zu schauen, weil es ist sehr... Ähm... 12. Ja. Ok. Dann würde ich sagen, in dem... Wobei, doch eineinhalb Monaten sollte man sich den Anime mal reinziehen. Ja, ich werde es auf jeden Fall machen. Und ich denke, es wird sich lohnen, ich bin mir nicht sicher, weil, wie gesagt, nur die ersten paar Episoden, aber ich möchte trotzdem weiterschauen. Ja, gut. Ja. So. Gabriel, was hast du so geschafft? So, dann fange ich jetzt mal an. Ich rate einfach mal ganz schnell durch. Also, ich habe vieles logischerweise aktuell gelesen, auch vieles nochmal gelesen, wie zum Beispiel unsere Okusama Ga Seto Kaicho. Da gab es ja was Anime dazu. Den habe ich mal wieder heute Morgen gelesen bis Chapter 15, weil ich gerade Lust hatte. Ähm, jetzt könnte vielleicht einer sein, den ich nicht schon mal erwähnt habe. Ich bin mir aber nicht sicher. World Customized Create. Äh, das unterhält mir sehr bekannt vor. Dann habe ich es wahrscheinlich schon mal gehabt. Warte mal, im Podcast, ähm, also, das geht halt in diesem Anime, äh, Manga geht deshalb darum, unser Protagonist wird halt in irgendeine zweite Welt gezogen, mal wieder. Vielleicht keine dritte ist. Ja, weiß man nicht. Noch nicht. Und da ist er anscheinend, äh, äh, was war das? Dark God, oder ne, böser Gott oder sowas, keine Ahnung. Und er ist dafür da, quasi die Welt zu zerstören. Auf dieser Welt gibt es, äh, Menschen mit speziellen Fähigkeiten, die sind in vier Elementen, also die vier Elemente geteilt, ne, Feuer, Wasser, bla 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 bla. Also, das ist Avatar. Nee, nicht ganz. Oh. Ich würde gerne Avatar nochmal schauen, in der Neufassung so gesehen. Ja, und jedenfalls, er ist jetzt ab quasi, in Anführungsstrichen, so das Neue, ne, der kann halb Sachen machen, die andere nicht können, und zwar hat er, bevor er in die andere Welt gezogen ist, hat er ein Spiel gespielt, wo er halb Sachen customizen konnte. Also quasi, er konnte sich aus Stoff, konnte er sich Klamotten machen, und sowas, und plötzlich ist er in dieser neuen Welt, und da hat er jetzt irgendwie, einfach quasi, dieses Menü, beziehungsweise dieses Customize-Gedöns, hat er als Fähigkeit. Und das ist jetzt nicht eines dieser typischen vier Elemente, logischerweise, sondern jetzt sagen sie, ja gut, das ist jetzt das fünfte Element, in Anführungsstrichen, ohne in einen Film zu gehen, ne. Ich wollte darauf auch eins eigentlich anspielen. War ein großartiger Film, das fünfte Element. Äh, ja, jedenfalls, er hat jetzt quasi diese Fähigkeit, wo er Sachen einfach aus dem Nichts erschaffen kann, einfach eine Burg, zack, ist es da, weil er einfach in seinem, ähm, Overlay das einfach zusammenbastelt, und dann taucht es einfach auf. Und darum geht's in diesen Manga, was ist Manga? Ja, ich glaub, das war ein Manga. Ja, wie heißt es nochmal? Äh, World Customized Creator. Der Manga basiert auf einer Light Novel-Reihe, die schon längst fertig ist. Ja. Kann gut sein. Ja. Ich guck, ich hab nur nachgeguckt. Ja. Das Ding hab ich momentan, lese ich das immer mal wieder, also ich fang jedes Mal von vorne an, weil das sind nur 32 Chapter. Das heißt, ich kann das ganz schnell mal morgens, wenn ich aufstehe und noch nicht, also wenn ich aufwache und noch nicht aufstehen möchte, dann denke ich das kurz durch. Weil ich weiß, es ist gut, bloß halt, ist es nicht fertig. Ähm, hab ich sonst noch irgendwas gelesen? Ah, ich hab was richtig Schlechtes gelesen, nennt sich Infection. Infection. Hört sich ungesund an. Ja, es ist halt ein High School of the Dead also verschnitt und den hab ich nicht mal fertig gelesen, also nicht mal aktuell gelesen. Der hat 14 Chapter, also ne, der hat mehr Chapter, aber ich hab 14 gelesen und ich guck mal, wie viele das sind. Es hat 16 Chapter, ich hab keinen Bock gehabt, die letzten zwei Chapter zu lesen. Es ist halt High School of the Dead ähm, ein schlechter. Ja, und auch nicht fertig. Die, unser Protagonist und irgend so ne Olle werden aus irgendwelchen Gründen, die ich schon wieder verdrängt habe, in so nem, wie heißt das nochmal? Ähm, in der Sporthalle, dieses ganzen, dieses Shads da, wie heißt denn das? Hilf mir. Da, wo die ganzen Sportgeräte drin sind. Achso, die, dieses typische Klischee, die werden nur so eingesperrt. Come on! Abstell, come on! Ja, Abstell kann man, danke. Die werden nur so eingesperrt, nach drei Tagen kommen sie endlich raus durch so ne Falltür, die sie gefunden haben, und plötzlich, BOMM, die Welt ist untergegangen. Überall ist ein Zufall. Ja, das ist jetzt aber Zufall. Warte, was? Das ist schon, das ist schon von null auf hundert, sehr schnell. Ja, geht so. Ähm, es ist halt nicht so gut. Es ist halt nicht gut. Es ist eigentlich nur High School of the Dead und schlechter. Und wie gesagt, das ist wirklich einfach so, die kommen quasi dann endlich aus diesem beschissenen Abstellraum raus und niemand ist da. Niemand hat auch nach denen gesucht. Sie sehen niemanden und alles ist irgendwas. Und das erste Begegnung mit den Zombies oder ähnliches, mit den Infizierten, nenne ich es mal, äh, ist dann auch nicht so begeisternd, weil es sieht dann ungefähr so aus, die haben überall Maden, die, die sind nicht so, dass sie irgendwie zerrupft sind oder so, also angefressen oder ähnliches, sondern die haben einfach so, bei den, überall auf den Augen sind so Maden, so weiße Maden, wie man es so kennt aus Horrorfilmchen und sowas, ne? Und genauso auch, äh, hängt das im Mund drinne und sowas, also, es sieht nicht gut aus und die Story ist halt, was wollen sie, was, was wollen sie jetzt wohl probieren? Dreimal dürft ihr raten, was jetzt das Ziel ist dieses Animes, äh, Mangas. Oh Junge, bestimmt nicht überleben und flüchten! Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja eben, und das ist die Story. Bei 16 Chaptern, die kommen sie nicht wirklich voran, es ist nicht sehr gut und es ist auch nicht interessant. Unser Protagonist ist halt dieser typische, jeder hat ihn irgendwie gern und er ist irgendwie so der Allstar, aber jetzt halt, er weiß nichts von seinen Fähigkeiten, dass er solche so beliebt ist und ähnliches. Also, es ist halt, wie gesagt, High School of the Dead los sind schlecht und mit weniger interessanten Charakteren. Mal abgesehen davon, dass die Protagonistin, Protagonistin, eine der Protagonistinnen, mal was anderes ist. Also, die Main Protagonistin, die ist tatsächlich mal keine mit dicken Titten, sondern eher so ein bisschen Lolli-hafter. Und das finde ich ganz gut. Es ist mal was anderes. Aber, in der Tat, trotzdem ist es eine Tatsache, dass das Ding allgemein scheißlangweich ist. Ja. Okay. Auch so mit Fanservice, wieso hast du das? Ja, selbstverständlich. Unsere Protagonistin rennt erstmal die ersten 14 Chapter ohne Hose rum, weil die ihr Rock abgezogen wurde. So. Als sie auf dem Klo war, wurde sie angegriffen. Also rennt sie die nächsten 14 Chapter ohne Hosen rum. Also ohne Rock. Okay. Das ist natürlich nice. Ja. Und ja, das ist Infection. Nicht gut, nicht kaufen, nicht lesen, nicht suchen. Aber selbstverständlich haben wir noch ein paar gute Sachen gelesen. Ah, jetzt. Oder beziehungsweise interessante Sachen gelesen, wie zum Beispiel Worlds and Harem. Ach stimmt, da hast du davon erzählt. Da hatte ich auch schon mal was von gehört. Ist das ein Name oder ist das ein Genre? Worlds and Harem. Das interessante Ding ist, ich habe mal vor 15 Jahren oder ähnliches, da war ich ein sehr junger Mann. Da habe ich mal eine polnische Comedy-Serie gesehen. Was? Die bestand auf dem selben Prinzip. Alle Männer sind verstorben. Es gibt nur noch ein paar einzelne Männer. Und denen ihre Aufgabe ist es nun, die Welt wieder zu bevölkern. Alle Frauen haben logischerweise überlebt. Logischerweise, ganz klar. Das ist die Prämisse. Du hast jetzt eine Handvoll Männer und einfach mal unendlich viele Frauen. Und ihre Aufgabe ist es jetzt, okay, mach mal was draus. Wir brauchen Babys. Auf geht's. Und dasselbe ist jetzt hier auch in diesem Manga so. Unser Protagonist, der hat ein Versprechen gegeben, bla bla bla. Er geht jetzt in Kryostasis für fünf Jahre wegen seiner Krankheit. Und weil sie in fünf Jahren anscheinend geheilt werden kann. Also geht er in Kryostasis, wacht auf, fünf Jahre später und dann kriegt er halt mit, gut, GG, du bist einer von vier grad rumlaufenden Männern. Bitte mach dich an die Arbeit. An die Arbeit. Zack, zack, knack, knack. Das Problem ist halt, unser Protagonist, der hat ja schon seine große Liebe. Die ist aber nicht mehr da. Also er hat die und er will sie auch wieder haben, aber sie ist halt nicht anwesend. Sie reißt irgendwo rum. Oh. Unpraktisch. Aber, ja, etwas. Hört dann auch erklärt, warum alle Männer eigentlich weg sind. Ja, es ist irgendein Virus gewesen. Der nur Männer befällt. Ja, genau. So ganz. Ich würde sagen, so Standarddingen, aber bisher habe ich noch nie was anderes außer diese Komedieserie, die polnische gesehen, die das genauso gemacht haben. Ansonsten kennt man entweder alle stirbt oder sonst irgendwas, aber man kennt es nicht. Das klingt halt wirklich nach einem sehr einfachen Konzept hier. Ja, es ist einfach, aber niemand kommt da drauf. Wirklich, wie gesagt, diese Serie, die ich da, Serie oder Film war das, keine Ahnung, was ich da vor 15, 16 Jahren gesehen habe, das Ding ist ja uralt. Ah. Und seitdem habe ich nie was ähnliches gesehen. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, warum kommt da denn keiner drauf? Und jetzt sehe ich es halt, ne? Oh Gott, geil. Ein Manga, der sich genau damit auseinandersetzt. Das Einzige, was mich haben, was nervig ist, zum Beispiel, natürlich hat der, wie gesagt, er ist nicht alleine als Kerle da. Es gibt auch noch einen, zumindest einen anderen Kerl hat man gesehen. Und der ist natürlich so ein typischer Dude, der halt auch die ganze Zeit nur am Schwängern ist wie ein Tier. Also der macht seinen Job. Okay. Ja. Und unser Protagonist ist halt halt nicht so. Der möchte halt seine Ische haben und wenn er diese Ische nicht hat, dann will er auch gar nichts machen. Also hat er jetzt hier ein Buffet an tierigen Frauen und er greift nicht zu. Kann man sich natürlich darüber streiten, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Ja. Braucht man auch gar nicht drüber nachdenken. Die sind alle tausende von Ligen über ihm. Aber er greift nicht zu. Will ich das halten, was ich davon halten soll, weiß ich noch nicht. Ja. Also, das ist Worlds Ends Harem. Er ist ganz witzig und ich freue mich, wie es weitergeht. Und er hat, wie gesagt, auch einen interessanten Plot, da jetzt unser Protagonist jetzt auch probiert und es ihm auch sehr wichtig ist, dass er halt ein Gegenmittel, also er ist auch Wissenschaftler, er hat auch, er hat auch, er ist erwachsen. Ja, ja, er ist erwachsen. Ich glaube, du kannst nicht so was machen mit Kindern. Na, na, ja gut. 17-Jährige, 18-Jährige, also, das hätte mich jetzt nicht gewundert. Nee, er ist erwachsen. Er ist ein erwachsener Mann, er hat studiert und so weiter und so fort und wollte eigentlich, äh, Wissenschaftler werden, aber da kam, da kam die Krankheit dazwischen. Okay. Jetzt, wo er in Anführungsstrichen geheilt ist, möchte er jetzt quasi, äh, gucken, dass die Männer nicht mehr weiter aussterben. Auch wenn es schon zu spät ist. Okay. Überscheinlich schon zu spät, ich wollte es gerade sagen. Ja. Wer weiß, ob die Krankheit überhaupt noch existiert. also, ja genau. Und man kriegt auch so mit, dass die Protagonistin, also seine Ische, die er haben will, dass die da irgendwas mit diesem Virus zu tun hat. Ach so. Auch noch. Und weiter kommt es halt nicht. Jetzt ist es halt, jetzt ist es halt rein, rein, äh, chapter-technisches Maleskript momentan am Ende. Also, aber wird es dann auch so erzählt, dass man quasi auch von dieser anderen, von dem Mädel da zum Beispiel immer die Perspektive sieht, oder? Ich habe jetzt nur ein, zwei Bilder, also Seiten, wo man halt die Olle sieht. Und es gibt auch einen Dialog, den sie aufgenommen, also einen Monolog, den sie aufgenommen hat, den unser Protagonist dann findet, wo er dann herausfindet, okay, sie gibt es noch. Nice. Existiert noch. Nice. Und eben, dass sie ihm erzählt, dass es ein menschenerschaffender Virus ist. Mhm. Ja. Also, das Worlds in Zahrem kann ich eigentlich an, kann ich eigentlich empfehlen, der ist ganz witzig. Sieht doch eine interessante Empfehlung an. Also, sieht gut bezeichnend aus. Der sieht gut aus, ja, das ist richtig. Mhm. Ansonsten hatte ich ja schon letztes Mal erwähnt, Fire Brigade of Flames. Ach so, das ist neu. Das Ding ist ja von unserem Soul Eater Zeichner. Oder Macher, Autor. Ist gut. Sehr gut. Aber, story-technisch ist es halt jetzt nicht so weit. Es hat 49 Chapter, äh, wir haben unseren Protagonisten, der recht, äh, man kann sich vorstellen, also, das Problem ist halt bei so Mangakas oder Autoren, die halt eine, ein richtig gutes Dingwerk rausgehauen haben, sie halten sich am Stil. Wenn es einmal gut geklappt hat, klappt es bestimmt zum zweiten Mal genauso gut. Mhm. Hat er natürlich vollkommen recht in dem Falle. Aber, unser Protagonist, der sieht einfach aus wie Soul aus Soul Eater. Und er fühlt sich auch so an wie Soul aus Soul Eater, bloß, dass er halt keine weißen Haare hat, sondern schwarze. Und das war's. Ansonsten ist das Ding eigentlich Superpower, äh, typischer Superpower-Action-Manga- schonen-Kram halt. Heißt aber nicht, dass es schlecht ist, weil es ist gut. Genauso wie Jojo, meinst du? Kann gut sein. Oh. Ich liebe diesen Art-Stil halt. Ja, ja. Die haben die ultimativ breiten Hosen. Es sieht einfach amazing aus. Okay, warte. Es sieht sehr gut wiedergezeichnet aus. So, jetzt muss ich nochmal raussuchen, weil ich hab jetzt noch was anderes ausgesucht. Der Typ kann das aber auch einfach machen. Wie heißt das nochmal? Fire? Warte. Fire Brigade of Flames. Es sieht echt gut aus, meine Güte. Es sieht richtig gut aus. Die Story bisher ist recht, es entwickelt sich noch, sagen wir es. Mir fällt instant was ein, wie ich dem Protagonismus der Feuerwehrhelden irgendwie schlecht reden könnte. Der Feuerwehrhelden. Es ist erst ab Soul. Ja, in ähm... Also vom Charakter her ist das Soul. Vom Gesichtsdesign, nenne ich es mal, ist das Soul. Ja. Oh, geht es auch irgendwie wieder um Wahnsinn oder sowas? Ich sehe schon wieder so schwarze Schattenwesen. Ich weiß nicht mehr. Also ich habe auch irgendwie da die Verbindung gezogen, als ich es gelesen habe. Ich kann mich aber jetzt nicht daran erinnern, warum. Tatsächlich. Okay. Ansonsten finde ich das Ding halt grundsätzlich doch ziemlich in Ordnung. Wo geht es denn überhaupt? Was ist die Story? Äh, so. Die Story bisher ist ungefähr so, es gibt halt dieses, es gibt so mehrere Squads. So die Flame Brigade 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ne? Ja. Und jeder hat ihre eigenen Rollen. So zum Beispiel die Fire Brigade 1, in Anführungsstrichen, die ist halt hauptsächlich für Kampf und so. Aber es ist der, die machen, die löschen da jetzt nicht nur Feuer, sondern es gibt Menschen, die verwandeln sich durch irgendwelche Gründe, durch Wahnsinn. Ah, da haben wir es. Ah, perfekt. Da verwandeln sie sich eben in so Feuerwesen, in Anführungsstrichen. Also so ähnlich wie halt bei Soul Eater. Ja, das sind dann diese schwarzen Wesen hier wahrscheinlich, die ich da gesehen habe. Die ich da gesehen habe. Wie du mir die Frage erspart hast, wieso hat der Typ in dem Kaffee eine Knarre? Warte ganz kurz. Ich habe auch ein Bild gepostet davor, Kevin, ne? Ja, ich habe es gesehen. Und? Aber ich will es nicht kommentieren. Ach se. Hey, das sieht völlig cool aus. Ja, und diese Wesen werden halt quasi von diesen Fire Brigades, von diesen verschiedenen, auf verschiedenste Art und Weise, äh, ja, kaputt gemacht, ne? Also denen ihre Aufgabe ist es halt, diese, diese, diese Ungeheuer, diese Monster zu füten. Die haben nicht irgendwie zufällig ein Ziel, 100 davon zu töten, damit sie die ultimative Waffe werden? Nein, bisher noch nicht. Bisher noch nicht. Unser Protagonist ist auch ganz besonders, wenn, es gibt mehrere Generationen. Also bisher, momentan aktuell ist die Generation 3, das sind Anwender von Flammen, die halt auch Flammen aus sich heraus quasi machen können. Die ersten. Die Feuerbändiger. Ja, auf hochdeutsch, ja, ein Feuerbändiger. Und, da hat es euch die erste Generation, die waren, das waren so die typischen Feuerwehrmänner und Frauen, ne? Die können also nicht wirklich viel, außer halt, dass das ein normaler Mensch kann. Dafür haben, dafür haben sie sich halt trainiert. Das ist eine starke, das waren noch die richtigen Feuerwehrmänner und Frauen. Genau, so nach dem Motto. Die zweite Generation ist noch im Motto, wenn eine Flamme da ist, können sie mit der Flamme arbeiten. Also quasi, der eine kann halt aus seiner Pistole Kugeln schießen und dadurch, dass er halt weniger Druck, also die Explosion, ihr wisst ja, wie so eine Pistole funktioniert zum Beispiel, ne? Mhm. Ähm, da haben wir die ganzen, hier Explosionen, wie es halt, wie, wie hat die Kugel funktioniert. Ich weiß es nicht, aber ich kann es einfach nicht in Worte fassen. Schon, ja. Ist schon gut. Brauchst du jetzt nicht. Dann, dann, dann minimiert er zum Beispiel die Explosion so, dadurch, dass es halt einfach quasi die Pistole nur noch eine Software ist, gefühlt. Ah, okay. Oder er kann es auch umeindiges stärker machen und so weiter und so fort. Das ist zum Beispiel so das zweite Generationsdenk. Und dritte Generation, da ist unser Protagonist drinne und der macht zum Beispiel, der kann einfach, der macht einfach hier Nahkampf, Karate of Doom, ja? Mit Flammen überall. So ähnlich wie, äh, Ace von One Piece. Ich sehe dann hier auch noch so ein Bild, ich werde auch mal, ich poste es ja auch gerade mal, wo er da Flammen aus seinem Fuß macht und dann ist da halt wieder diese, diese riesige Wolke an Feuer oder so. ist so eine Feuerwolke. Nee, das ist diese Olle in der Mitte auf diesem Bild. Das ist eine unserer Protagonistinnen, die kann, wie gesagt, die ist zweite Generation, sprich, sie kann Flammen, die schon existieren, kann sie beeinflussen. Und dadurch beeinflusst es jetzt gerade die Flammen von den beiden. Was hat der eigentlich? Hat der ein Flammenschwert? Der hat ein Schwert, ja. Okay, ich wollte gerade fragen, oder ist das ein Flammenkreuz? Diese Wolke erinnert, diese Wolke erinnert mich halt auch extrem an, zum Beispiel die Sonne von Soul Eater. Da gibt's eine Menge. Das sind nämlich, die erinnert mich ein richtig gutes Stück an die Seelen von Soul Eater, egal was sie macht. Ja, ja, die Feuerdinger, die liebt die Dinger auch. Ich hab auch schon auf die Kamera gesehen. Sie liebt die Dinger auch, weil sie macht, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißen, aber aus jeglicher Flamme, die ihr entgegenkommt, macht sie das viel und verliebt sich jedes Mal in sie. Das ist witzig, es ist gut. Dieser Manga ist wirklich gut. Ich wette mit dir, früher oder später kommt dann wieder ein Anime und der wird dann wieder grausam werden. Also nicht grausam, aber man hätte mehr machen können. Bestimmt. Es sieht auf jeden Fall gut aus. Es sieht gut aus. Storytechnisch ist es auch so, dass unser Protagonist jetzt so eine ganz spezielle Flamme hat. Ja, ganz speziell ist, weil er ein ganz spezieller Protagonist ist. Also wie jeder spezielle Protagonist. Ich muss bei sowas, muss ich ab sofort immer in Zukunft an den Protagonisten aus Inobato denken, dem seine Fähigkeit ist, es ist eine kleine Flamme, die nicht mal heiß ist, in seiner Hand erscheinen zu lassen und mehr kann er nicht. Eine kleine, nicht heiße Flamme in seiner Hand. Also man kann ja bestimmt gut Mädels aufpicken. Ja, aber er hat diese Flamme und die ist sehr wertvoll. Die wollen aber auch andere haben. Beziehungsweise Dämonen, die Dämonen wollen, die haben. Ja, und da gibt es natürlich auch viele Plots, was es angeht mit den ganzen, hatten wir es ja schon, mit den Gruppierungen. Wie gesagt, diese Brigade 1, 2, 3, blablabla, und so weiter und so fort. Und die ist halt in der 9, die hat sich ausschließlich dafür auch umgeht, um die anderen zu kontrollieren, also die anderen Brigaden zu kontrollieren, dass die keinen Scheiß machen. Und natürlich machen die Scheiß. Da gibt es halt diese typische, in Anführungsstrichen, Nazis, die da ganz pro Mensch sind und was weiß ich was, da gibt es halt diese ganz typischen, die halt nur fürs Geld da rumrennen und so weiter und so fort. Und so geht es halt wirklich dauernd im Kreis. Also jeder hat irgendwie Dreck am Stecken. Und da haben wir unseren Protagonisten, der leichtglaubig ist, an jeden ans Gewissen immer appelliert und so weiter. Und eigentlich total das Wiete ist. Und das ist quasi so mehr oder weniger der Manga bisher. Wünschte mir, da wäre mehr, aber da muss ich wohl noch ein paar Monate warten. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, ob es jetzt monthly releases oder weekly. Ja, es ist weekly. Es sind nur 20 Seiten pro Chapter. Das ist schon Magazine Weekly. Ja, es ist gut. Es ist gut. Ich freue mich drauf, wenn es mal irgendwie weiter ist. Und ich wette, da kommt früher oder später. Spätestens in zwei, drei Jahren ein Anime dazu. Oder wenn nicht sogar früher. Ich hoffe später. Ich hoffe später. Aber wir werden sehen. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ja, ich glaube, ich hätte jetzt noch einen, den ich erwähnen könnte. Der war ganz interessant vom Setting her. Es geht um den Manga Glapnir. G-L-E-I-P-N-I-R. Warte mal. G-L-E-R... E-I-P-N-I-R. Ach du Sch... Was ist das denn für ein Name? ein bisschen länger höher. Ja, das habe ich das letzte Mal vor elf Tagen gelesen. Und da war dazwischen... Warte kurz. Zwo, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn, sechzehn. Dazwischen waren ungefähr 32 andere Mangas. mit jeweils ungefähr 50 Chaptern, also kann ich mich jetzt nicht mehr allzu gut reinhören, aber das, was mir im Kopf hängen geblieben ist, war sehr gut. Also bei Glebner geht's darum, unser Protagonist ist sowas ähnliches wie ein Werwolf. In einem, ah, ja gut, sagen wir einfach, er ist sowas ähnliches wie ein Werwolf, ja? Also er kann sich in ein Monster verwandeln. Das Design sieht zum einen verdammt lächerlich aus und zum anderen irgendwie ziemlich cool. Es sieht amazing aus. Das Design, Charakterdesign sowie Monsterdesign in Anführungszeichen, finde ich hammergeil. Unser Protagonist ist aber dieses Stoff, sieht aus wie so ein großes Stofftier. Wahrscheinlich hast du es schon gesehen. Es ist, wie gesagt, auf der einen Seite finde ich es ein bisschen lächerlich, auf der anderen Seite irgendwie ziemlich amazing. Es ist so eine Möschung. Ja, jedenfalls so fängt es an. Die Story ist jetzt diese. Er ist ein Alien, ist auf die Welt geflore. Und jetzt sucht es nach irgendwelchen München, um wieder abzuhauen. Problem ist, es ist nicht gut empfinden. Und dadurch gibt er jetzt einfach Menschen, Fähigkeiten, wie zum Beispiel diese Furry Suit, um nach seinen München zu kämpfen, also zu suchen. und dann wer was dieser Münze bringt, der kann sich nochmal quasi eine Fähigkeit machen. Also, auf gut Deutsch, du suchst eine Münze, gehst zu einem Dude, der gibt dir eine spezielle Fähigkeit, du hast deine Fähigkeit. Nice. Suchst noch eine Münze, kannst dir noch eine Fähigkeit holen. Nice. Das ist so die Prämisse, also das ist der Plot, in Anführungszeichen, unser Protagonist. Weiß davon gar nichts, logischerweise. Und der will einfach, der denkt einfach, das ist ein normaler Körper. Der ist einfach so mitgeboren. Er kann sich nicht an seine Vergangenheit erinnern, er weiß gar nicht, was los ist, er weiß nur, dass er sich in das verwandeln kann, in dieses, in diese Furry Suit of Doom. Hm. Ähm, ja. Und dieses Mädel, das man oft auf dem Cover sieht, das ist so eine Olle, die hat der Ausfall, also er hat sie gerettet, als sie, ähm, am Sterben war. Stellt sich raus, sie wollte Suicide begehen, und ihr... Ich sehe hier nur Bilder, wo er sie auszieht. Hast du irgendwie... Ja, sie zieht sich selbst aus, weil sie in ihn rein möchte. Er ist eine Suit. Also er ist schlussendlich wirklich einfach nur eine Suit, wo dann ein anderer Mensch quasi in ihn reingehen kann und ihn dann kontrollieren kann. Aber Pavel... Ja? Dieses Bild. Ich meine, die für unsere... Achso, ja, das war, als er sie gerettet hat. Das war direkt dann die erste Szene, da hat er sie gerettet und dachte so, geil, Frau! Ja, eben. Okay. Aber das ändert sich ganz fix, äh, die zwei... Also die Olle... Erstmal geht sie ihm die ganze Zeit hinterher und möchte quasi... Sie hat's gesehen, dass er sich verwandelt hat und möchte ihn jetzt erpressen, weil sie ab Interesse hat, weil ihre Schwester sowas ähnliches war. Und diese Schwester hat halt ihre Eltern getötet, also... Nicht so geil. Was ich sagen kann, unabhängig jetzt von dem Bild, mir gefällt der Zeichenstil. Ja, ich kriege auch gerade die ganze Zeit Bilder durch. Das Ding sieht verdammt gut aus. Kevin, kannst du mir noch mal einen Link zum Namen schicken? Ähm, ich tippe ihn einfach mal. Pavel rät weiter. Ja, und... Jedenfalls... Achso. Unsere Protagonistin dann und unser Protagonist, die ziehen dann zusammen los, um diese Münzen zusammen, beziehungsweise diesen Grund zu finden, was ist mit den Münzen los und wo ist die Schwester? Und sie haben vor, die Schwester zu töten, weil immerhin hat die Schwester halt die Familie getötet, mal abgesehen von ihrer Schwester. Das war doch richtiges Deutsch, glaube ich. Kann sein. Ja. Gut, dass ihr mir zuhört. Fickt euch auch. Ich kriege gerade einen Tinnitus von der höchsten Autohupe, die ich seit langem gehört habe. Okay. Und ich gucke mir gerade die Bilder an, weil das Ding verdammt gut aussieht. Ja, gut, dass ich weiterrede. Ja, deswegen sage ich halt sowas weiterreden. Ich will die Bilder gucken. For fuck's sake. Schnell ruhig weiter, Pawe, ich lese mal die Mangas, die du empfohlen hast, ne? Ja, witzig. Ja, jedenfalls machen wir weiter. Den ihr Ziel ist es jetzt schlussendlich, erst mal herausfinden, was ist er fähig. Also sprich, wenn die Olle jetzt in ihm drin ist, äh, ist er jetzt stärker oder sonst irgendwas. Stellt sich raus, der typischen Lappen, aber das Mädel, das ist einfach ein Badass of Doom. Also sprich, wenn sie die Fähigkeiten hat, die er hat, dann wird sie zu einem Berserker. Okay. so ist die Aufgabe, hey, ähm, bleib du mal in mir und jetzt gehen wir auf die Suche nach deiner Schwester. Stellt sich raus, die Schwester ist gar nicht mal so low, weil sie uns, sonst hätte sie ja wahrscheinlich nicht so, ähm, weil sie wohl nicht so amok gelaufen hat, ihre Eltern umgebracht, weil die ist ziemlich strong. Auf Doom. Ja, die kriegen auf die Fresse und das war's dann. Dann, dann lässt sie sie gerade auch überleben, bla 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 bla. Also es passiert alles recht schnell. Der Manga geht, äh, geht bisher auch nicht sehr lange. Ich hab auch das Befürchtnis, dass er getroppt wurde von den ganzen Translations Groups. Weil persönlich finde ich ihn ziemlich nice, aber ich glaube nicht, dass der aktuell ist. Ich meine, ich bin jetzt bei 13 Chapters. Ja, 13 Chapters und ein 0,5 Chapter. Also, ich hab das Gefühl, dass entweder der Mangaka nicht mehr anwesend ist oder eben keine Translations Groups sich finden, die Interesse an diesem Projekt haben. Was ich sehr traurig finde, weil das Ding ist sehr, sehr interessant. Logischerweise, um da nochmal so dran zu kommen, es gibt natürlich auch andere Kämpfe, wie zum Beispiel gegen andere solche User, die sie verwandeln können, aber keiner ist so wie er. Also, keiner ist ein Suit, quasi eine andere. Können sich entweder straight einfach in Monster verwandeln oder enhancen einfach irgendwas. Zum Beispiel, die eine lässt einfach, ähm, ihre Hände zu, so, 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 Tierhänden verwandeln, damit die halt Leute aufspießen kann und so einen Scheiß. Also, da gibt's halt einiges an Monstern und sind auch sehr interessant dargestellt. Sieht alles sehr, 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 sehr schön aus. Wirklich, also zeichneseeltechnisch ist das Ding wirklich top. Und, ja, so im Großen und Ganzen war's das. Haben wir noch irgendwas Interessantes gelesen? Nö, ich glaub nicht. Und noch mehr zu dem zu sagen, brauche ich eigentlich nicht. Okay. So. Eineinhalb Stunden Podcast. Ja, na, lassen wir noch die News machen. Was für News. Ja, News. Eineinhalb Stunden Podcast. War schön, Jungs. Ich verabschiede mich. Bye-bye. Aber wir haben doch nicht mehr viel. Ja, gut, dann kannst du dich verabschieden. Audio News raus. Ja, junger Mann. Zum einen, Helsing Ultimate gibt's und, und die TV-Serie gibt's jetzt auf Amazon Prime zu schauen. Wenn man also Amazon Prime Video hat, kann man sich entweder alle zehn Folgen der, der Ultimate OPA anschauen. die bessere sind. Oder halt die TV-Serie. Oder man schaut sich beides an, geht auch. Wir fangen an beides an, schauen, das ist beides eigentlich empfehlenswert zu schauen. Nein, sowohl, sowohl mit deutsch-synchro als auch japanisch mit deutschen Undertlern. Uvas glaube ich nicht, ne? Doch, die Uvas waren, das sind nur, glaube ich, Folge 5, sind die, die Uvas waren jetzt im Nachhinein noch translated. Wurde es akzeptiert? Ja, die hat man jetzt. Plötzlich sind Nazi-Zombies okay, zwei Jahre später. Naja, in Filmen ist es halt nicht so, beziehungsweise im Filmischen ist es nicht so wild wie zum Beispiel, ähm, in Videospielen. Videospielen zählen halt nicht wie Filme, obwohl das total deutsch ist. Ja gut, aber es war trotzdem die Diskussion da, dass man es eben nicht translated. Und es war mehrere Jahre lang so. Und dass jetzt plötzlich einfach ab Folge 5+, also da wo die Nazi-Zombies kommen, plötzlich jetzt doch eine Translation gibt, beziehungsweise eine synchrone deutsche, ist das doch lächerlich. Einfach drei, vier Jahre später, okay, wir machen es doch, ist okay. Verstehst du, was ich meine? Ja, boah. Ich finde es gut, dass man das jetzt nochmal nachgereicht hat eigentlich. Natürlich, sie hätten es auch nicht machen müssen, aber es heißt nicht, dass sich das jetzt, dass es das vorherige nicht noch lächerlicher macht. Nicht noch weniger lächerlich macht, sagen wir es so. Weil es war eine jahrelange Diskussion. Fans wollten es unbedingt, gerade deutsche Fans wollten es unbedingt. Deswegen wurde ja auch die ganze Hälfte der Serie nicht mehr lizenziert in Deutschland. Da gab es auch das ganze Problem mit den Mangas. Ja, aber dann kam halt, wie gesagt, die ReCut Blu-ray-Edition dann ab 2014 oder so wurde die veröffentlicht. Und ja, da hat man dann halt auch die restlichen Episoden noch released. Wenn man schon mal die Lizenz hat und wenn es dann okay ist. Ja, das ist ja wirklich die Frage, warum ist es plötzlich okay? Ja, lass es doch plötzlich okay sein. Nee, das akzeptiere ich nicht. Okay, dann nicht. So, es gibt noch weitere Anime, die noch auf Amazon Prime Video hinzugestoßen sind. Die stocken da gut auf. Da hat man zum einen Deadman Wonderland. Das ist ja schon mal nichts Gutes, ja. Dance in the Vampire Band. Das ist auch nichts Gutes, ja. Full Metal Panic. Das ist was Gutes, ja. Und auch den Comedy-Ableger Fumofu. Ja, ist nichts Gutes, ja. Samurai Agent Blue und da hatten wir es eben vorhin drüber. Ja, das gibt es jetzt alles noch auf Amazon Prime Video. Bin mal gespannt, ob da noch mehr in Zukunft kommt. Aber es ist gut. Das liegt mir echt böse auf dem Magen, ne? Ja, das hat so viel Potenzial vor drei Jahren. Ja. Dann bin ich, ich bin mal Mangaka, ich bin mal Autor und sag so, ja, jetzt hab ich kein Bock mehr, Bro. Weiß, mach jetzt die nächste Serie. und die wird auch nicht fertig. Jetzt hab ich auch keinen Bock mehr. Wer braucht das schon? Wer braucht schon Ende? Es ist nervig. Ja. Ja. Bester Mann. Weil ich Triadgex auch gut fand. Es war auch gut. Hm. Dann, der Film Konosekai no Katsumi ni in Discorn of the World im Englischen ist lizenziert worden. Kommt erst diesen November noch in den japanischen Kinos. Ist von Studio Mappa. Studio Mappa sind diejenigen, die zum Beispiel Sankyo no Terror oder Sakamichi no Apollon gemacht haben. Und das wird ihr neuer Original Film, der halt, wie gesagt, erst diesen Monat überhaupt in Japan rauskommt. Der ist jetzt schon lizenziert worden von Steht hier gar nicht. Geh, geh. Warte. Ich lese es jetzt gerade nochmal genau durch. Ich bin gerade ein bisschen confused. Ne, steht hier gar nicht. Ist anscheinend unwichtig. Aber auf jeden Fall der Film. monatilziert. Dann, Digimon Adventure Tri. Immer noch. KSM gab bekannt, jetzt werden die deutschen Synchronsprecher werden und die haben sich alle alle deutschen Synchronsprecher von der Serie damals geholt bis auf Izzy. Der hat neun. Aber sonst alle anderen Warum? Was ist mit Izzy passiert? Der Synchronsprecher von Izzy ist gerade auf Reisen, deswegen können die den nicht nehmen. Aber sonst alle anderen Wieder ist auf Reisen. Ja, lass den doch. Was könnte er sich ne Reise? Ist er behindert? Was fällt dem jungen Mann ein? So, das ist wie gesagt der komplette alte deutsche Cast wieder reunited bei Digimon Adventure Tri. Minus Izzy. Ja. Der Witz ist halt, ich reiß mir ja mega die Fresse auf, weil es nicht mal bei Izzy ist. Du, ich weiß es auch nicht, weil ich das Ding nie gesehen hab. Ich auch. Ja, wobei, ich glaub ich hab's gesehen, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Oh, es sind Jahre vergangen. Bin alt geworden. Und mich hat's nie interessiert. Ah, deswegen interessierst du auch keine Menschen. Danke. Bitte. Jojo, was ist denn los mit dir? Ich bin müde. Ja, ich dachte, wir spielen gleich Dark Souls durch. Können wir gern machen. Ich muss nicht wach sind, Dark Souls durchzuspielen, okay? Außerdem ist das Privat nur zwischen mir und dir. Oh, sie. Dann, ähm, alle Folgen von der ersten Staffel von Tool of Wook gibt's jetzt auf Clipfish mit der furchtbaren schlechten deutschen Synchronisation. Ich glaub, auf japanische Saison. kann man nicht schlecht machen. Reden wir von schlechter als die englische Synchro schlecht? Kevin? Was? Reden wir von schlechter als die englische Synchro schlecht? Ich weiß nicht, wie die englische Synchro von Tool of Wook ist. Es ist irgendwie meistens so, dass die englische Synchro irgendwie irgendwo arkt. Spastandi wollte ich noch erwähnen, natürlich. Oh, das hab ich vorhin so vergessen, was ich noch geschaut hab. Ach Gott. Wir sind jetzt am Ende, Kevin. Kannst du für nächste Mal aussparen, vergleichst du dir. Ich will's kurz erwähnen, weil wir über Space Dawn nicht schon mal im Podcast geredet haben. Ich weiß nicht mehr welcher. Das ist ja schon Grund mehr, nicht darüber zu reden. Ich will nur kurz sagen, dass ich meine Lieblingsfolgen von Space Dawn mit der englischen Synchronisation geschaut hab und die ist verdammt gut. Die englische Synchro ist verdammt gut. Die haben einige Witze umgeschrieben, dass sie komplett anders wirken. Die haben diesen versauten amerikanischen Humor besser betont in der englischen Synchro. Die haben das Lied aus der Musical-Episode haben die auf Englisch übersetzt und das klingt sogar gut. Und es ist allgemein so eine gute englische Synchro. Ich empfehle das. Wenn man Japanisch nicht versteht oder so und halt immer 100% auf Untertitel angewiesen ist, Space Dawn lieber auf Englisch schauen. Es lohnt sich. Es ist richtig gut. So. Nur um das mal gesagt zu haben. Nächste News. Zero Escape 999 und Virtus Last Reward bekommen einen PC-Release. Okay. Und Jojo, du hattest, wir beide hatten schon mal öfters über Virtus Last Reward gesprochen. Soweit ich mich erinnern kann. Dieses abgedrehte Nintendo 3DS-Spiel mit Warte. Wo so ein Häschen ein Death Game organisiert. Ja, das Rätsel Schrägstrich alles mögliche Spiel. Mit Zeitreisen und Lügen, Betrügen und allem möglichen und abgedrehten Rätseln und alles mögliche. Rätseln und dass du PC's trauen musst und so weiter. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall. Es ist echt abgedreht, die Charaktere sind super interessant, es ist cool so und die Rätsel sind gut. Außer man mag keine schlechten Hasenwitze. Ja, das sind eine Menge Hasenpans. Ja. Wie heißt das nun mal so schön? Amme Panny Bunny. Wie gesagt, PC Release kommt bald. Der größte Hase kann nichts dafür. Entwickler war's. Wenn man jetzt eventuell kein PC-Spieler ist oder so, dann auch für Playstation 4 und Playstation ETA kommt es auch. Aber das Spiel lohnt sich. Ja, definitiv. Also ich hab nur ein bisschen was davon gespielt als ein Kumpel mal da war und ich würd's mir aber trotzdem gern holen wollen. Allein auf dem, was ich mal gespielt hatte. Ich hab's mir gekauft und ich find die fucking das Ding nicht mehr, was man 3DS rein tut. Ich weiß nicht mehr. Meinst du die Cartridge? Ja, die Cartridge. Ich find die nicht mehr. hol dir keine Wii-Switch dann. Ich hab keine Ahnung von der Switch beziehungsweise das, was mich davon, wie ich mich davon informiert hab, lässt mich das Ding einfach nur abstoßen finden. So. Weißt du, ich könnte dich jetzt dissen, aber ich lass es jetzt einfach mal. Weil wir kurz am Ende sind. Als nächstes noch Fate Grand Order, ein Handyspiel der Fate-Reihe, von Type Moons große Fate-Reihe, bekommt ein TV-Special von Studio Late News. Das werden zwei Episoden mit 45 Folgen. Und ja, wenn man da Interesse hat, kann man sich das dann anschauen, bald demnächst 2017 irgendwann anfangen, glaube ich, soll das dann rauskommen. Genauso wie 2017 eine ganze Menge anderer Mist rauskommt. Jo. Yay. Ähm, dann der Regisseur Also positiv, der Mist. Der Regisseur von Deadpool macht, äh, übernimmt die Regie bei dem Sonic-Film, bei dem Sonic-The-Hedgehog-Film. Warte, voll vergessen, es gibt Sonic-Film? 2017 kommt ein Sonic-The-Hedgehog-Film raus, der so eine total hässliche Mischung aus CGI und Live-Action ist. Und wie gesagt, der Regisseur von Deadpool setzt sich da dran und macht das. Und das ist so, hoffentlich wird es gut. Wenn, wenn er es nicht retten kann, dann liefert. Er soll nicht gerettet werden, das will ja schon sterben, seit Jahren. Lass uns doch einfach tot sein. Ich meine, da kommt noch ein Spiel. Ja, und der wird sterben. Äh, was war es? Sonic Maniac, ne? Wird trotzdem sterben. Ich weiß nicht, wie das ist. Ja, es war Sonic Maniac. Nach Sonic Boom habe ich sowieso kein Interesse mehr an Sonic. Vor allem, weil Sonic Boom sogar eine TV-Serie bekommen hat. Ah! Ich weiß gar nicht, was du hast. Sonic Boom war doch vollkommen erfolgreiches Spiel, welches die Konsolen Hardware vollkommen ausgenutzt hat. Und es war absolut bugfrei. Mhm. Und, ähm, auf jeden Fall noch eine News, die ich ziemlich interessant finde. Stan Lee setzt sich wieder an Anime dran. Und... Nächstes Jahr, nächstes Jahr kommt dann eine 30-minütige OVA, produziert von Studio Dean auf dem Regiestuhl. Stan Lee ein Superhelden-Anime, ne? 30-minuten lang. Und, äh, gibt's ja bereits einen ersten Trailer und einen Poster und der Artstyle ist wahnsinnig interessant. Der sieht ziemlich gut aus. Ich weiß den jetzt nicht ganz zu beschreiben. Ähm... Post mal rein. Ja, ja, ich schick mal die News hier eben. Äh, so. Vielleicht weißt du Worte dafür zu finden, Jojo? Jetzt bin ich gespannt. Ja. Ähm... Eigentlich kann man wirklich Comic-Stil dazu sagen. Ja. Ja, schon. Es ist dieses typische schwarz-umrandete. Es ist sehr hart schwarz-umrandete. Das ist Cell-Shelding-Shell... Ja, so ein bisschen Cell-Shelding-artig wirkt es auch so. Und die Farbgebung ist sehr interessant. Ja, Stanley hat er bereits zum Beispiel schon mal in einem Anime gesessen. Nämlich Hero Man. Den niemand mag außer ich. Und sonst ist er halt bekannt für seine Arbeit bei Marvel. Ich weiß nicht, wer das so an soll. Boah, hast du noch nie gehört. Weil doch, ich weiß, war ja nicht diese eine... Richtig, als doch Schauspieler war ja nicht diese eine komische DJ bei Deadpool. Ich glaube, man hat meinen Sarkasmus nicht mehr so gut raus, oder? Nee, nee, bist du müde dafür. Ja. Und... Letzte News. Universum. Universum Anime hat sich Ghost in the Shell Arise und Ghost in the Shell The New Movie lizenziert. Okay. Das sind so die aktuelleren Werke von Ghost in the Shell und... Würde ich mal so vermuten, wenn es heißt The New Movie, aber ja. The New Movie von 1992. Ja, The New Movie ist halt ein Film von... Was, ein Film? Was? Ich dachte, das wäre ein Anime. Wir lassen es auch nicht zu Protokom, ne? 12, 13, 14, ich weiß es jetzt nicht, irgendwie so. und Arise ist eine OVA von 2013. Und... Wie gesagt, das kommt jetzt beides noch nächstes Jahr nach Deutschland dank Universum Anime. So. News durch. Danke Universum Anime. Danke Universum Anime. Ich weiß, was wir machen, wenn wir gesponsert werden. Einfach wir kleinen Kinder nur noch Danke sagen am Ende. Gut. Ja, die News sind durch. Wir sind durch. Podcast ist durch. Wir sind durch. Pavel ist von Anfang an durch gewesen. Pavel ist durch und durch durch. Ähm. Meine Witze werden auch nicht besser. Sorry, dass diesmal so kurz war der Podcast. Ich glaube, wir haben nicht mal zwei Stunden. Aber wir hatten alle wahrscheinlich, also wir hatten alle keine Zeit oder Lust oder Motivation. Ich glaube, man muss sich nicht entschuldigen, wenn man nicht zwei Stunden lang auf eine Person einredet, weißt du, die zuhört. Oder wie wäre es so, die Leute, die den Podcast schauen und aktiv schreiben, können ja gerne schreiben oder irgendwie sich in Verbindung setzen, ob sie nicht auch drei oder vier Stunden Podcasts haben wollen. Bitte nicht. Vor allem Gast. Wir brauchen definitiv mehr Podcaster. Wenn ihr da draußen gutes Mikro habt, schreibt uns eine Mail auf animislam. Wenn ihr über zwei Jahre alt seid und Anime schaut, das wäre vielleicht auch noch gut. Über zwei Jahre alt. Na, unser Kommentar, die geht ja nicht über zwei Jahre rüber, oder? Ich schweige denn die Witze. Aber wenn ihr wirklich vorhabt, uns Mails zu schreiben, dann an mich, nicht an Pabbel, weil Pabbel schaut nur unregelmäßig. Wenn ihr mit der Mail ist, schreibt es an Kevin. Ich bin nur die unfreundlichsten. Kevin ist unsere Sekretärin. Ich bin's wenig für alles. Grundsätzlich ist es meine Sekretärin. Ja, das stimmt. Gut, dann haben wir es auch geklärt. Haben wir es jetzt endlich. Kann ich jetzt gehen? Gehen. 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 Ich geh jetzt zu Dönerladen. Und für dich und den Dönerladen. Aber nein, du darfst nicht gehen. Du bleibst. Ja, Pabbel will aber geh gehen. Gehen. Muss man besser spielen. Oh Mann, wir sollten jetzt echt aufhören. Das gehört schon zum After Show, oder? Das war der 65. Anime-Slam-Podcast. Dabei waren Pabbel. Der schlechteste seit Monaten. Das stimmt. Jojo. Der chaotische und will wie eh und je. Und ich, der Starkev. Man hört sich beim nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.